Einen Stufe, eins Subs. Und wenn du 100 Subpunkte hast, gehst du in die 60, 40 rein. Kannst du googeln. Süße. Ich hab, wir haben uns auch schon schlau gemacht. Beziehungsweise ich und ich hab's erzählt. Ich verkauf keine Sachen. Ich hab's ja gelesen, also. Wie viele Punkte werden nicht nur für Subs vergeben. Also es geht nicht nur um die Subs. Wie war's denn noch? Und es war auch nicht um die Subs pro Monat. Ja, ich guck grad nach. Ich muss es nochmal raussuchen. Ich hab nämlich gar nicht geguckt, deswegen. Wie viel Haus du noch zeigst, seitwischen. Und äh, letzter Preis. Wenn ich selber nicht streame, hab ich mir das nicht im Kopf behalten, deswegen. Sorry? Du kriegst keine Socken von mir. Hachiii. Nein, nein, nein. Nein, nein, es sind meine Söckchen. Ich hab genug Socken. Ah, scheiße. Paki, was machst du da, mein Junge? Redet man mal zu laut und deswegen kommst du rein. Wer drei Monate in Folge mindestens 100 plus Punkte vorweisen kann, qualifiziert sich für eine Umsatzbeteiligung von 60, 40 an den Nettoeinnahmen durch Bezahlung und Geschenkabbodements seines Rehires-Kanals. Also nicht pro Monat, 100 pro Monat, sondern drei Monate in Folge 100 Punkte und dann gilt deine Stufe, die du erreichst, für ein ganzes Jahr. Ja, sprich 300 Punkte, weil du musst jeden Monat, 100, 100, ja, in Folge, also drei Monate lang in Folge 100 Punkte machen. Ich versteh's eher so, dass du die 100 musst behalten. Ja. Ja, genau. Den 100 musst du auch nicht, dass du 300 haben musst, du musst 100 Punkte haben, drei Monate lang, so hab ich das verstanden. Genau, das heißt, du darfst drei Monate lang nicht unter 100 Punkte kommen, dann bist du drin. Ja. 100 Punkte sind 100 Abos. Und meistens, meistens sind die Geschenkabos sind meistens, also in der Regel immer nur einmalige Shops. Nein, das stimmt nicht. In der Regel schon, ja. Also alle, die ich geschenkt bekomme, hab ich normalerweise danach auch gesuppt. Dann bist du die Ausnahme. Aber in der Regel, wenn ich jetzt welche verschenkt hab oder so, die hab ich bei dir zum Beispiel nicht mehr wiedergesehen, außer 1, 2. Oh nö, ich mag die. Geh in dein Köpfchen! Und die Abo-Stufen zählen dann auch nochmal unterschiedlich. Ja, für Stufe 3 kriegst du sechs Punkte, für Stufe 2, 2, Stufe 1, 1. Ist jede Poor World Map, sag ich jetzt mal, anders? Nö, jede ist dieselbe. Aber rein theoretisch, ja. Das kann ich doch bestimmt auch ganz kurz übertragen, weil... Aber ich mach mir da gar keinen Kopf, mir ist das scheißegal. Ihr habt da nämlich Ahnung von... Ich bin nämlich unsicher, ob ich jetzt die nehmen kann. Aber ich krieg's vielleicht hin. Da muss man ja ein bisschen größer, aber auch gut. Keine Ahnung. Gestern meinte jemand, ähm... Müsst ihr wieder sehen, ne? Warte. Ja. Moment, ja. Ist das nicht hier eigentlich ein großer Platz genug hier? Doch, da kannst du bauen. Das war... Falls das nicht äh... Kims Stelle. Ich hab keine... Ich guck nicht. Ich muss ja den scheiß Ding hier hochkommen. Weil das ist schön groß. Da, wo ich nämlich jetzt bin, das ist mir nämlich ein bisschen zufrieden. Ja. Da kannst du bauen. Äh, die Kim hatte da gebaut. Ich weiß nur, dass einer meiner Follower gestern im Stream geredet hat, ähm... Okay. Und, ähm... Der meinte nächstes Mal, wenn Alpha Kevin zock... äh... streamen würde, würden sie... ihn zu mir rüber stecken, den Raid. Und da dachte ich mir so... Darf ich nochmal nerven? Guter Scherz. Ja. Ja. Was ist das? Ähm... Wenn ich ja jetzt das, äh... anfange hier zu bauen, ne? Ja. Dann wäre noch die Frage... Ich muss doch mein... Du musst deine... ...Polldecks kaputt machen erstmal, ne? Den kannst du auch, äh... Jetzt, wenn du einen neuen baust, geht der andere automatisch kaputt. Ah, aber das alles andere müsste... Er geht nicht kaputt, ne? Ähm... Doch, das müsstest du holen dann gehen. Also deine Werkbänke, die du schon in der anderen Base gebaut hast, gehen automatisch... Okay, aber die ganzen Materialien und so? Äh... Die Kisten, ähm... Die... Ähm... Die bleiben, aber die musst du danach holen gehen. Die muss ich was? Die musst du holen gehen. Ah. Die ganzen Materialien da? Ja. Ach du Scheiße, wie soll ich das denn machen? Oh Gott. Ich krieg da schon irgendwie nicht. Tasche füllen, zu deiner neuen Stelle gehen, wieder eine neue Kiste bauen. Ja, zurücklaufen, dahinlaufen, zurücklaufen. Ja, zurücklaufen, dahinlaufen, zurücklaufen. Wie ein richtiger Umzug. Ja, das habe ich jetzt hier die ganze letzte Zeit gemacht. Keine Angst, das machst du ja öfter. Das mache ich öfter. Nochmal werde ich umziehen am Arsch. Wollt ihr nicht? Hier bleibe ich. Das meinst du? Nein, wirst du nicht. Wenn das dieselbe Stelle ist, wo ich war, wirst du eindringlich nicht da bleiben. Viel zu klein. Viel zu klein. Sie müsste halt in dieselbe Stelle wie mir, wie wir, zu Penking, aber sie waren noch nicht bei Penking, ne? Ne. Ja. Also am besten noch nicht so groß bauen, oder wie? Nein. Aber egal wie, wenn du das Holz und Steine dahin setzt, wird es egal wie scheiße viel werden. Ich habe aber immerhin, glaube ich, 7000 Holzstücke rübergetragen. Und ich habe immer noch welche in meinem alten Lager. Wobei, Holz wirst du später viel brauchen, weil du brauchst es für Holzkohle daraus zu machen. Und die Holzkohle brauchst du, um Schießpulver herzustellen. Aber es ist ja in der zweiten Base, es steht immer unten. Oh, ihr macht mich jetzt schon fertig, wenn ihr sagt, dass ich nicht hierbleiben werde. Oh, ihr seid die Musik, ihr seid die Musik, ihr seid die Musik. Es ist ja auch mal noch nicht sicher, ob ihr die Base, die ich jetzt gebaut habe, auch wirklich bleibt. Stimmt. Weil es kommt später ja noch neue Gebiete dazu, vielleicht gefällt es mir in den neuen Gebieten in Wasser. Das stimmt, aber da, wo ihr jetzt seid, ist auf jeden Fall genug Platz, sagst du, ja? Ja. Ja, für den Moment. Okay. Oh, dieser Vulkan fackt mich so ab. Aber später geht das Umziehen etwas leichter, weil du zwei Bases bauen kannst. Das Leben ist halt schwer. Das Leben ist sehr schwer, mich. Okay, das war jetzt natürlich. Dann müssen wir noch ein Shiny finden. Das Shinit. Das ist so richtig luxemburgig, so ein Wort, sich schön zu reden. Das ist so richtig luxemburgig, so ein Wort, sich schön zu reden. Okay. Ich freue mich jetzt schon mal in der Holzkiste, ne? Ich glaube, hier gibt es einen Shiny von allen Dingern. Jeder hat so ein fettes Schaf-Shiny gefunden. Ich habe das nicht gefunden. Ich habe das. Ich habe doch gesagt, du hast den Chicken Nugget. Ich habe dir gesagt, du hast das Chicken Nugget und du meinst, nie gibt's schon. Das ist ja schlimmer als in, äh, Legenden Arceus mit dem Absturz da. Weißt du gesehen? Ich bin gerade in den Turm. Ich habe Angst, dass ich wieder nicht hochkomme. Jetzt muss ich noch mal was fragen. Also, wenn ich jetzt in die neue Base einziehen möchte. Das wird eng, das wird eng. Ja. Was muss ich da noch mal machen? Oh Gott, ich habe es schon. Äh, die Pol-Bank musst du da aufbauen. Die Pol-Bank. Ah, ich kann eine ganz neue bauen, hat es gesagt, ne? Hier ist sehr, sehr viel Erz. Dafür brauche ich Holz und Stein. Ich habe viel zu viel. Oh, eine Kiste. Ich kann euch das wieder, das kann ich schon mal reinpacken. Das brauche ich auch kurz wieder rein. Ich brauche das mal zu rüber. Kriegst du ein richtig Bock jetzt auch auf diesen Server zu kommen? Ja, dein Spiel mit? Ah ja, nee. Bye-bye, Pol-World meinst du? Ach. Ja, Pol-World. Falle ich den ganz scheiß wieder runter. Hast du das noch nicht, oder wat? Doch, bei Pol-World habe ich schon. Aber ich muss noch ein bisschen was anderes tun. Arbeiten. Fugel. Denkst du, da komme ich hoch? Nee, ne? Das schmecke ich jetzt so runter. Mit dem Fugel? Ja. Arbeit, was ist das? Kann man das essen? Nee, Arbeit kann man nicht essen, aber... Glück hast, kannst du dir was zu essen kaufen von... Ah, jetzt! Ich weiß, was hast du gesehen? Anse... Mini-Mini. Scheiß-Dreck. So, dann machen wir jetzt mal die neue Base. Wie zeitverzögert das kommt, deswegen... Das Bild jetzt. Ich sehe es ja über Twitch. Scheiß. Ich muss aber nochmal nerven und was fragen. Sag. Ähm, wenn ich jetzt dann das neue... Die neue Base dahin baue, ne? Ich sehe ja auf der Karte, sehe ich ja rein theoretisch, wo ich eigentlich mein Lager habe. Genau. Dann verschwindet das Häuschen doch, oder? Dann verschwindet das Häuschen. Aber ich kann einen Marker setzen, oder? Du kannst einen Marker setzen. Und wie? Dieser Scheiß hier überhaupt. Ah, Fick doch! Warte, da kann ich da das mit dem Marker setzen. Entschuldigung. Aber da kann ich keinen Marker setzen bei meinem Lager. Ich hab Kinder in meinem Stream. Was heißt Lager zurückbauen? Das wüsste ich auch. Wie bitte? Boah, guck dir das an. Was heißt Lager zurückbauen? Das hat Schloss für das Abbauch. Das bedeutet, dass du es auflöst dann, ja. Als Beppo, die da Vulkan sieht ja mal mega geil aus. Hab ich dir ja gesagt. Lick rein, dann bring mich um. Liegen ganz schön viele Eier rum. Ja, ne, guck mal, wie viel ich hab, Mann. Mein halbes Inventar ist voll. Dein Paar ist übrigens hungrig. Ja, ja, ja. Der Boah ist dringlich hungrig. Der Kim ist, das scheißegal. Hauptsache, ja. Sagst du. Sagst du. Du, Beppo. Ja, meinem Pols geht's gut. Ja, mein Pol ist ja auch gerade hier im Dingens. Wer gut arbeitet, wird auch gut belohnt. Und nicht, wer nicht? Sonst stirbt er. Viel Spaß an euch alle noch. Danke, dass du da warst, Michi. Ich schicke ein paar Socken, als Dankeschön. Komm, war ein Scherz. Aber danke für die Anime-Liste. Die, die wird mir echt helfen. Kann ich weitere Songs singen? Und das wurde geklippt. Das wurde echt geklippt, dieser Wichser. Nicht gebaut werden, da sich mit dem Objekt der Charakter über... Ah, okay. Aber warte mal. Nee, das können keine weiteren Lager gebaut werden. Bitte erhöhe die Lagerstufe deiner Gilde. Ja, du musst... Du musst den einen abbauen. Das wär's. Abbau? Geh auf die Karte. Ja. Geh da, wo dein Lager ist. Und dann musst du den abbauen. Also auf V. Das hier wird so schwer. Es verschwindet dadurch keine Pauls. Die Rücke einer Paul-Box kann nicht rückgängig gemacht werden. Ich muss hier Pausen machen, glaub ich. Jetzt geh ich runter. Oh mein Gott, das wird so eng. Oh mein Gott, oh mein... Geschafft. Ist ja überhaupt nicht da. Da sieht man nix, ne? Das findest du wie im Elektrik hintern. Gibt's so, warte. Hier ist es jetzt, ist besser. Aber hier ist halt nix, ne? Ich weiß nicht, ob wir hochkommen. Ich bin oben. Hier war ich schon. Ich hab einfach umrundet. Ich will da hoch. Willst du mal medizinisch? Weil ich runter? Aha, ich hab noch kein Medizinboden gebaut. Ich mag den Vulkan nicht. Ich will irgendwo hin, wo es schön grün ist. Doch, der Vulkan ist schön. So, und jetzt muss ich zu meiner alten Base wieder zurücklaufen, richtig? Jo. Was ist das denn? Achso, warte mal. Erstmal bring ich meine Sachen hier weg. Mensch, mit ner rot-grün-Schwäche ist der Vulkan vielleicht grün. Aber ist das Schnee, glaubst du? Ja. Da ist Schnee, ne? Ja. Aber wo ist das hier die Mitte in der Meer? Das schwarze? Ist das Schnee? Was? Das Schnee! Ja, okay. Ich gehe nicht davon aus. Ich glaube, das ist das Gebirge im Osten. Ganz weit im Osten. Ich glaube, das ist hier, ne? Ne, das ist weiter südlich. Ne? Du guckst praktisch direkt nach Osten. Aber guck, guck, guck die Insel. Ja, weil ich schaust du da. Achso, so meinst du die? Ja, das ist dann aber von dir aus gesehen nördlich. Ja. Und dann, das sind die beiden. Das heißt, der Schnee ist hier. Ich glaube, dann gehe ich zum Schnee. Es wird zu heiß auf dem Pekan. Ja, ich muss abkühlen. Ist mir zu warm. So, dann wollen wir doch jetzt mal zu meiner... Ach, scheiße, ey. Das ist ja wirklich ätzend jetzt. Was denkst du, was für coole Tiere beim Schnee sind? Getis? Schneemammuts. 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 Achtos. Das riecht schon richtig nach Essen hier. Oh Gott, gehe ich gerade überhaupt richtig? Ja. Oh, ich habe jetzt echt wirklich gar keinen Bock, alles wieder abzubauen und hin und her zu schleppen. Oh, wie toll. Wir sind heute wieder mit meiner Seite los. So. Nello, wir haben uns gestern gefragt, wo du bist. Nello, du lädst noch. Wie geht es dir? Ich trinke auf dich. Wie geht es dir? Ich trinke auf dich. Wie geht es dir? Klingt doch sehr nett. Er hat geschrieben. Er hat geschrieben. Ich muss trinken. Ach so. Nello, wie geht es dir? Wir vermissen dich. Nicht so gut. Wie, warum geht es dir nicht gut? Sag mir, dass dein Auto nicht wieder kaputt ist. Oder nicht, dass du wieder Covid hast. Bitte nicht. Ich habe immer Stress auf Arbeit. Dem sagst du es. Also wenn ich gleich mich melde, dass ich gleich wieder weg bin, dann ist es, weil ich essen muss. Jaja, kommst wieder nicht zurück. Niemals. Wie Marcel halt. Er ist der Meister da drin. Ja. Echt? Ja. Ich komme gleich wieder. Mit Zeitangabe. In einer Stunde bin ich wieder da. Am Tag danach ist er wieder gekommen. Doch, war so. Du hast uns ganz alleine gelassen. Du hast uns ganz alleine gelassen. Doch, hast du. Beppo ist mein Zeuge. Du arbeitest von halb sechs morgens bis halb sieben abends, jeden Tag. Oha, was ist denn jetzt hier auf einmal für ein riesen Mammut? Geh weg von dem. Geh weg von dem. Das macht dich kaputt. Noch tut er mir nix. Wenn du ihn angreifst, schon. Kim, das hat gesagt, mega fancy ist bei mir. Du greifst mir eine Butter. Ich greife ihn ja nicht an. Ich mache nur hier alles kaputt und schleppe das schon mal rüber. Aber... Ja, Nello, da musst du was sagen zu deinem Chef oder so. Komm immer mit dem schönen Wort Gewerkschaft. Lass mich raten, jetzt kann ich mich nicht bewegen. Doch, ich kann mich noch bewegen. Du trägst so viel an dir. Ja, aber ich kann so noch gehen, oder? Ja. Ja. Kann ich so noch springen? Gewerkschaft, Nello. Nee, springen kannst du nicht mehr. Hauptsache, ich kann so noch gehen. Ja. Das ist das Wichtigste. Ich glaube, ich komme gar nicht da rüber. Mit dem Wort Betriebsrat den Puls meines Arbeitgebers in neue Höhen treiben. Welcome to my TED Talk. Genau, genau. Sag das, sag das auf deine Arbeit, Nello. Ich muss echt sagen, also wenn meine Arbeit zu doof ist, genug Leute einzustellen, ich mache nicht mehr, als ich muss. Ich habe aufgehört, damit den anderen ihren Scheiß zu machen. Achso, du fragst mich sehr nett. Dann überlege ich es mir. Das ist mein Pinguin. Mein Pinguin hat eine Verstauchung. Was hast du mit dem gemacht? Der hat seinen Rüssel verstaucht, weil er zu viel gegießt hat. Dein Pinguin? Ja, der gießt hier die Blumen. Ah, ist doch nicht sein Rüssel, er ist ein Schnabel. Ein Elefant. Ihr habt aber, ich bekomme jede Überstände. Also, guck. Guck, guck, guck. Die Sache ist die, du musst dir überlegen, ob es dir wert ist, dich krank zu machen und Geld dafür zu bekommen, für deine Überstunden. Mir persönlich ist meine Gesundheit lieber. Deswegen kannst du mir auch eine Million bezahlen. Ich komme samstags nicht arbeiten. Nope. So war es so ein Knick, dass ich samstags meinen Arsch auf die Arme mitbewege. Warum nicht so würde ich mich einfach zu meinem neuen Lager hin sporen, Alter? Let's go! Mensch Leute, er produziert viel zu viel Holz. Ich da rüberkomme. Ich brauche unbedingt jemanden, der Holz produziert. Ich drehe ihn doch bald durch. Der Hirsch. Okay. Der Hirsch. Ich glaube, mein Verband wurde zu eng gemacht. Ey, mein Knie pocht schon wieder. Ich glaube, ich komme da gar nicht hin. Du brauchst stärkere Schmerzmeter. Also Sonntag würde ich noch weniger arbeiten. Also wir wurden schon mehrmals gefragt, Nelle, ob wir samstags arbeiten und ich bin da echt stör drin. Nö. Kann ich verstehen, würde ich auch nicht tun. Nie wieder. Ich werde jedes Mal gefragt und dann heißt es, Ja, aber Kim, du konntest so viel an einem Tag... Nö. Nö. Was kriegst du denn dafür? Ne Schalpe Toast und zwei Wasser. Ja, ich zahl, aber... Ist nicht wert. Mir ist es halt... Also keine Ahnung, wir sind jetzt nicht, dass wir in Geld schwimmen oder so, aber mir ist ehrlich gesagt meine Gesundheit wichtiger als Geld zu bekommen. Ich weiß nicht, jeder denkt so, aber ich denke halt so. Samstag ist kein... Bei mir nicht, wir sind zu, weil... Ich glaube, wenn wir 24 Stunden aufwählen, würden uns Leute noch um zwei Uhr nachts... Ich hab'n Reh angestoßen. Was soll ich denn jetzt machen? Das ist es dann. Dann rufen sie an und dann so... Ja, aber... Letztens... Okay, das muss ich euch erzählen. Haltet euch fest, okay? Das war eine erwachsene Frau. Also, die hat in der Nacht in Luxemburg irgendwo, nirgendwo, ein Reh angepiekt, ne? So, piup. Und anstatt, anstatt, dass sie den Abschleppdienst ruft, was hier ein normaler Mensch machen würde... Das Reh abzuschleppen. Hat sie von zwei Uhr nachts bis morgens acht Uhr, als wir aufgemacht haben, versucht, uns zu erreichen. Die stand sechs Stunden, irgendwo im Nirgendwo, Chainsaw Massaker mäßig, irgendwo auf einer Straße und hat dann mir ins Ohr gebrüllt, warum ich das Telefon nicht abgenommen hab. Es tut mir leid, aber... Es tut mir leid, aber... Es tut mir leid, aber... ...des größten Widerstand. Echt? Dieser Weg wird kein leichter sein, ne? Ja. Es wird steinig und schwer. Es gibt wirklich sehr dumme Menschen. Also, dass ich das gehört habe, dachte ich auch schon. Aber warum haben sie nicht die Polizei gerufen? Ja, sie sind doch die Versicherung. Okay. Da war der Krieg für mich verloren. Und wie sollst du das Team, Schatz? Da siehst du. Ich rufe die Versicherung an, um mir versichern zu lassen, dass alles gut ist. Ja. Ich war aber nicht da. Ich habe geschlafen. Ah, nee. Also, ich führe wirklich sehr dumme Diskussionen, ne? Und das Tag für Tag. Deswegen habe ich mich ja vom Telefon wegnommen gelassen, weil ich habe das nicht mehr geschafft. Weil ich konnte nicht normal antworten. Da ist mir wirklich so ein, haben sie ihr Gehirn heute nicht eingepackt, rausgerutscht. Ja. Eigentlich rufen sie die Versicherung an, weil sie genau wissen, dass der Notruf das nicht mitmacht. Nicht. Ist auch nicht. Wir müssen essen. Schatz. Ich mache das auch nicht. Bis gleich. Tschüss. Ich habe ein Wildschwimm mitgenommen. Ja, die Polizei mag das nicht, wenn ihr die Tiere mitnehmt, die ihr plattfahrt. Ihr habt es gleich gesagt. Ah, ich weiß, ich weiß. Dann war sie nicht mehr gesehen. Ja, ja, wie machst du denn? Das Wildschwimm hat überlebt. Ach so. Ist weit. Ach so. Ja, die Sache ist, guck. Die Sache ist die, Nello. Ich erzähle euch das jetzt. Ihr wisst ja nicht, wo ich arbeite. Nichts. Also, nur Beppe weiß es. Guck. Wir hatten einen Kunden. Der hat darauf bestanden, dass er ein Reh erwischt hat. Ist ja alles schon gut. Ist ja alles legitim. Aber. Die Haare, die auf seinem Auto. waren, sahen ein bisschen suspicious aus. Hat er eine Delle im Auto, weil ihn irgendjemand scheiße eingeparkt hat. Und dann hat er gedacht, ach, schmiere ich einfach die Haare einer toten Katze dran. Ich weiß nicht mal, ob es eine tote Katze ist. Vielleicht war es auch seine eigene Katze, weißt du? Und sie ein bisschen so entplüscht. Jetzt habe ich beide was Falsches gesagt. Er wird seine Katze rasiert haben, oder wie, ne? Ja, ich kann es dir nicht sagen. Auf jeden Fall. Der hat das, also da dachte ich mir auch, so, so, buh, aber, weißt du, sonst, sonst ist aber alles in Ordnung bei dir. Ein Wildschwein ist total schade, normalerweise, ja. Und das Wildschwein geht weiter, als hätte es sich normal an ein Bäumchen gestoßen. Mein Vater hat da ein Wildschwein mal vor Jahren erwischt. Ich, ich hat... Mein Vater war so wütend, das Schwein lag da am Boden zu zittern. Und mein Vater ging rüber und hat dem den Schädel noch zertrümmert. Und ich sagte, es bringt nicht, das Auto ist kaputt. Ja, es ist mir egal, ich rege mich nur ab. Der Forster kam vorbei und sagte... Der Kopf ist ja aber nicht so aus, oder? Und mein Vater... Ich habe mit dem Rad darüber gefahren. Ja, bei Verkehrsunfällen... Mein Vater wollte nichts sagen und ich sagte, ja, mein Vater hat sich abreagiert. Ah. Bei Verkehrsunfällen ist es vielleicht ganz gut, das Tier nicht leiden zu lassen. Also, wer weiß, was der Forster gemacht hätte. Hätte wahrscheinlich auch das Tier abgeknallt. Der Forster, der kommt vorbei und der schießt es einfach. Wenn, wenn es da liegt, ja nicht. Ja. Wenn ich wieder spazieren kann. Als ich den Führerschein gemacht habe mit meinem Papa, waren wir im Auto. Und da ist eine Katze über die Straße gelaufen und ich habe gebremst. Und ich habe so angefangen zu heulen, weil ich dachte, ich hätte die platt gefahren. Aber die ist noch so wirklich so Zentimeter weggekommen. Ich habe so geheult im Auto. Ich dachte, ich hätte die hier echt tot. Noch keinen Führerschein, aber schon jemanden getötet, weißt du? Kommt vor. Kommt vor. Kommt vor, Katzen, die warten extra, bis ein Auto kommt und rennen dann rüber. Nein, das ist bei Völkern. Dann sind auch so Versicherungsbetrüger. Das sind Suicide-Katzen. Mein Wildschwein war ein Bache. Bache, was ist ein Bache? Äh, ein weibliches Geschwein. Achso. Ein Wildsau. Das bedeutet... Naja, eine Bache halt. Das bedeutet wahrscheinlich, oder was uns Nello wahrscheinlich mitteilen will, ist, dass er vielleicht noch Frischlinge involviert war. Oh. Hat Attezy Babys dabei? Nello? War es eine Wildsau-Mama? Oh nein. Aber sie hat ja gelebt. Nur dein Auto war halt kaputt, das war Pech. Oh, es ist aber wahrscheinlich besser, die Bache zu erwischen, als die Frischlinge zu erwischen. Oder wenn du nur ein Frischling erwischst, dann überlebst du es nicht. Ja, aber die sind doch jetzt alleine gegangen. Die merkt sich dein Gesicht und in zehn Jahren kommt die noch und rennt dich tot. Nello, dann ist ein Scheid. Ich würde da halt nicht mehr so fahren. Ich würde halt einen anderen Weg gehen. Sag mal, Kim, hast du auch manchmal so einen Schatten, der über dir fliegt bei Polward? Ja. Mit schwebender Rochen über dem Strand. So, als die Idee, wo es einfach kommt, oh. Es sei... Ja, da, Beppo, guck über dem Wasser. Ja, ich weiß nicht, was das ist. Keine Ahnung, ich auch nicht. Ich hab mich das vorhin schon gefragt. Ich hab so über mich geguckt, wie so eine Behinderte. Ja, es fliegt auch etwas über uns, aber ich seh's nicht. Wo? Wo denn? Guck nach oben, wenn du fliegst. Flieg nach oben. Geradeaus und dann gehst du mit der Kamera hoch. Dreh die Kamera. Du musst nach oben fliegen. Nach oben fliegen? Ja, gerade nach oben und dann drehst du mit der Kamera. Aber ich glaube, ich hab vorhin da was gesehen. Alles, was wir gesehen haben, ist das spärlich bedeckte Geschlechtsteil von dem Paar da. Also, da war jetzt nix zu erkennen. Oh! Ich hab das... Tut mir leid. Tut mir leid, ich hab... Ich hab ihn aus Versehen in das Schaf reingefrogen. Ich hab ihn überfragt. Ich hab das Schaf überfragt. Tut mir leid. Ich hab mich entschuldigt. Also, morgen müssen wir auch kein, ähm... Kein Fortnite spielen, Beppo. Okay, wieso? Weil, ähm... Jana wird zwar da sein, aber wegen... ...der Geschichte... Mmh, okay. ...hat sie keinen Kopf für Fortnite. Ich war halt ein bisschen, äh... ...bisschen direkt vorhin und... Ja. Es nervt mich halt, weißt du. Entweder bist du direkt zu einem Menschen und du fragst, was geht ab... ...oder nicht. Ja. Wie ich es gesagt hab. Das sehen wir da morgen. Sie schreibt mir morgen. Böse Kim. Was, weil ich das Schäfchen platt gemacht hab? Das war echt keine Absicht. Ich hab das Schäfchen echt nicht gesehen. Und ich hab ne Brille an. Ja, das Schaf ist jetzt trotzdem tot. Es ist nicht tot. Es hat noch gelebt, weil es wollte mich angreifen. Dann hat sie die Waffe gezogen und einen Schuss durch... Nein. Die Leute, die hat doch ein bisschen, was ich gemacht hab. Ich habe das Schäfchen nicht angefasst. Einfach alle in den Entsachter. Das ist Beppo. Das ist alles umgebracht. Darauf komm ich überhaupt nicht klar. Alpakas mit rosa Kniestiefeln. Du kannst auch auf denen reiten. Oder was auch immer die da tragen. Sieht aus wie Kniestiefel. Holen. So rosa ist du. Was machst du da? Was mach ich da? Ich suche hier diese... Diese Dinger hier. Damit sich alles freischalten kann. Ich umrande mal einmal die ganze Map, um zu schauen, wie groß es ist. Warum steht der denn hinter mir? Was ist denn los, mein Schatz? Komm her. Komm her. Komm her, mein Schatz. Komm. Komm her. Was ist denn los, mein Schatz? Willst du mit in den Stream? Dann komm. Und die Content. Guck mal in die Kamera. Vielleicht kriege ich dann Subs. Ich habe Kevin gesehen. Ne, du sollst Paki gucken. Man sieht die fassend nicht. Ich gehe jetzt pennen bis irgendwann. Schlaf gut, Nello. Gute Nacht, Nello. Du kriegst das hin. Wir drücken dir die Daumen. Wenn nicht, sagst du Bescheid. Dann kommen wir da hin und verkloppen deinen Chef. Boah, ich will wieder meine 80er Jahre. Paki, du musst dich setzen auf deinen Puppes. Warum riecht mein Hund nach Zigaretten? Er hat ihn geraucht. Er hat ihn nicht geraucht. Er ist draußen auf dem Packung. Kann Marcel oder Kevin das löschen in meinem Stream? Bitte, please. Was? Du machst Werbung, Kim? Dankeschön. Was? Ghostbusters! Paki. Wo? Ghostbusters! There's something strange. In a neighborhood. Who are you gonna call? Ghost Paki! There's something strange. You're gonna call Paki! Paki! Bist du gar nicht amused vom Lied, Paki? Du wolltest hierher. Jetzt musst du mit deinem Schicksal leben. Das ist ein Huhn. Ich knall das jetzt ab. Guck mal. Doch, ein Huhn. Ja, ich hab's tot gemacht. Jetzt kommen die ganzen anderen Hühner und stürmen dir über den Kopf. Die werde ich jetzt auch alle töten. Das ist nicht selte. Kade! Ghostbusters! Aber die rennen alle weg. Ich brauch irgendwas, was mir Fleisch bringt. Warum? Du hast gerade ein Huhn erlegt. Das ist völlig unverständlich, dass die wegrennen. Kann ich auch gar nicht nachvollfinden. Ja. Oh, jetzt hab ich den Falschen erschossen. Töte die Quarks. Ich hab den Falschnell erschossen. Die können alle in den Eintopf. Oh! Ich bring dich auch noch um, weil dann musst du nicht trauern um deinen Freund. Das habe ich auch bei Avatar gemacht. Weißt du noch, Beppo? Da wurde ich fast gesperrt. Ja. Ich wollte nett sein bei Avatar und dann werde ich so fertig gemacht. Sie wurde aus Massenmörderin dahingestellt. Ghostbusters! Ghostbusters! Something strange. Ghostbusters! Ah, das ist ja interessant. Ja, wo gehe ich denn jetzt überhaupt hin? Ich habe gar keinen Plan. Ich will eigentlich da hin. Ja. Ich stecke die Welt mal weiter auf. Was guckst du denn hier so angestrengt? Da ist gar nichts. Das machst du mit Absicht, weil du mich ablenken willst. Hast du das runtergeschlungen? Nein. Du hast schneller gegessen und wie eingekauft. Hast du gekaut? Ja. Ich esse immer schnell. Das ist bei mir drin gewesen, als ich in der Werkstatt gearbeitet habe. Da musstest man immer seine Pause so schnell wie es geht durchmachen, damit du halt auch ganz schnell wieder... ...vieler arbeiten konntest. ...arbeiten konntest und noch schnell nebenbei rauchen kannst. Ach so. Ich schätze immer... Also ich rauche beim Essen. Also Paki, du entscheidest dich jetzt. Entweder gehst du mal den Arsch hier runter oder du bleibst hier oben. Aber was anderes gibt's nicht. Hast du mich verstanden? Ich habe keinen Bock, dass du ständig hochkletterst. Nimm Knuff. Der kommt dann sowieso nicht vom Stuhl. Wieso fighten die beiden jetzt? Der Elefant ist tot. Hup! Alle! Wie? 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 Ah, wo sind wir denn jetzt? Du fährst halt... willst du jetzt nicht den Elefant angreifen? Nein. Doch, greif ihn mal an. Vielleicht hast du Glück und du bekommst ihn. Ja genau. Ich habe noch nicht mal den Level 16er eben bekommen, den ich haben wollte. Also nicht den Mammut, sondern... ...irgend so ein komisches Ding mit einer Pflanze auf dem Kasten. Also ich an deiner Stelle würde versuchen, das Mammut zu bekommen. Versuchst du noch anfangen? Hast du es heute geteilt jetzt schon? Wer? Du. Nein, nein. Monique soll's ja versuchen. Nee, du. Lass mal stecken. Hm? Erstmal muss ich jetzt hier versuchen, mein ganzes Lager umzubauen. Ich hol mir jetzt diesen Boss hier. Was ist das? Was? Das wird noch richtig lange dauern, glaube ich. Oh, halala! Fetzt ihn weg! Ja, er fetzt dich weg. Was ist das? Fellbad? Das ist eine Fledermaus. Sieht so aus. Ich trinke so lange was, ja. Ich gucke zu. Puh! Ich schau wieder mal in die Folgen. Okay. Let's go. Achso, guck mal. Ich hab von Anfang an direkt eine Treppe hängen gekriegt, ne? Nur mal so als kleine Entwurf. Starke Leistung. Was? Ich weiß nicht, um was du redest. Nicht? Ich, ne, ich hab Kevin gerade angestupst und er guckt mich so böse an. Oh Gott! Er ist auf mich zu. Oh mein Gott! Ich werd meine Zigarette holen, Mann. Schau doch mal. Alles gut, alles gut, alles gut. Ist er nicht da? Nee. Boah, geh mir doch nicht auf den Eierstock. Das war nicht gestern schon. Was? In diesem, in diesem Palast da, in diesem, diese Halle. Ah, du bist immer in derselben. Echt? Ja, ja. Da waren sie noch nicht so kreativ. Die Dungeons sind auch immer gleich aufgebaut. Äh. Scheiße. Das ist, äh. Ja. Bleib nicht dran. Du bist halt für dein Kind, das Team umfasst nur acht Leute, die das Spiel gemacht haben. Geh mit deinem dicken Arsch weg! Alter Mann, ich will keine Terrasphäre auf dich schmeißen. Doch. Yes! Ich hab Fellbad gefangen. Ist das nicht so'n Tombad, der fliegt? Kann ich nicht mit dem durch die Gegend fliegen? Mit wem? Mit wem? Tombad oder so? Oder ne, der da oben, ne? Ne, mit dem kannst du nicht fliegen. Ne. Was mit Neatwing? Okay. Hi Pink Fox, wie geht's dir? Ne, ist nicht in die Mitte, okay, weil da geh' ich kurz den Rest noch voll zu Fluss und dann mach' ich weiter. Falsche Richtung unterwegs, diese Insel. Die Spiel ist ja noch in Early Access, ne? Ja. Ja. Ja, ja. Hoffentlich machen die das nicht irgendwie Free-to-Play oder so'n Scheiß. Das wär' echt schade. So, Ben, raus, gute Nacht. Danke, dass du da warst, schlaff' gut! Glaub' ich nicht, weil da soll die Access hat's gekostet. Ja, mir geht's auch ganz gut. Mein Männer hat das Spiel sich jetzt auch runtergeladen, ne? Nur mal so. Haha. Mir geht's auch gut. Warum guckst du dir ein Video an, Schatz? Warum guckst du dir das Video an? Warum guckst du dir das Video an? Video Tutorial, wie Spiele ist Power. Mhm. Fähr's doch. Er guckt sich das nur an, um schon Bescheid zu wissen. Ich mach' das auch immer. Nein, bei Polwold hab's das nicht gemacht. Ja, mir geht's auch gut, Pink Fox. Oh, das ist voll... Ich muss zurück in meine Base, weil ich hab' absolut keinen Platz mehr im Inventar. Ich hab' einfach 1000 Eier dabei. Was heult er schon wieder, dass er Hunger hat? Ich hab' die Tasche voller Eier. Sind deine auch ständig am Heulen? Ja. Ich bin gerade die ganze Map zu umranden, einmal. Warum hab' ich ihn jetzt kälte? Weil es kalt ist, da wo du bist. Wie sieht das hier bitte aus, Leute? Das ist nicht geordnet. Wie lange war ich weg? Eine Stunde? Guck' wie's hier aussieht. Also das ist nicht in Ordnung. Exempel statuieren. Wer will verbrannt werden? Das sind... Das sind Items, oder? Ja. Sag mir bitte, dass es Items sind. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Also das wär's noch, äh, kaum bist die Katze aus dem Haus, fangen die da an ihre Stoffwechselprodukte zu verteilen. So, also, ja, sie haben wie die Dulis wieder bestimmt alles vollgefallen, ja. Aber die Items drücken sie raus, als würde sie irgendwas abseilen. Besser wie ich drüber nachdenken. Ich überleg' gerade ganze Zeit, wer Pink Fox ist. Ist das die von Mr. und Mrs. Fox? Die Süße? Ich kann echt immer... Ich bin, ich hab' den so krass, ne? Ich vergesse einfach die Leute. Ich glaub', es ist sie. Genau jetzt sind hier Hirsche. Wollt ihr mich verarschen, oder? Die sind immer da. Eben, waren die ganze Zeit keine da. Die sind immer am Tag da. Echt? Ja. Was machst du mit diesem Bauplan? Knüppel den. Kannst du die Sache bauen. Wir brauchen den. Das war mir klar. Aber... Muss ich irgendwas machen, um den Bauplan zu nutzen? Äh, du musst ihn beide tragen, um ihn zu nutzen. Ah, okay. War ja nicht noch so ne Scheißdingensmann? Ich hab' dich gedacht, ich hätte noch eine gebaut. Äh, Moni, du musst ihn schon etwas mehr schwächen. Da genügt nichts, wenn man mit dem Knüppel draufzuschlagen. Oh mein Gott. Warum nicht? Ah! Du stirbst. Oh mein Gott. Jo, ich wollte grad sagen, ich sterbe. Tschüss. Hatte. Lass mich in Ruhe. Jetzt kommt dein Schuss und du bist tot. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Sag, ey, Beppo, halt's mal voll. Ist das Mois-Team? Ja, da läuft ja. Nein. Da würde ich auch lachen. Dann gucke ich das auch hin. Kann ich da auch nicht wieder hin? Beppo? Ja. Hör auf zu lachen. Wie ekelhaft Beppo, dich habe einfach ehrenlos auslacht. Komm einfach immer so ein Stoß von hinten. Immer jetzt wie alle mit. Achso, ich habe gar keine Bälle mehr. Hehehehe. Das hast du gut gemacht. Dankeschön. Habe ich überhaupt meine Bälle hier irgendwo hingepackt? Nee. Hehehehe. Egal, scheiß was. Ich kümmere mich darum gleich. Ich kümmere mich jetzt erst mal um meine Sachen hier. Habe ich denn hier alles dabei? Ah ja. Ein Metallhelm. So, eins kann ich jetzt schon mal sagen, das Umziehen fuckt mich jetzt schon ab. Das habe ich ja gemacht, die letzten ganzen Tage. Ich bin so, wenn, dann mache ich das jetzt, damit ich alles da habe und nicht irgendwo noch dann eine Base habe und ich nicht mehr weiß, wo sie war. Da oben bin ich gestorben. Hm. Genau da. Also es wird auch noch ein Spaß, wenn du anfängst, deine Base zu bauen, ne? Ja. Ja. Das macht eigentlich ganz doll Spaß. Ja, du kleiner Rennfido. Lauf weg. Ja, bitte. Meine Kisten werden voll. Ja. Gibst du mir noch eine Sekunde, bitte? Jetzt sag nicht eins. Eins. Fick dich. Hehehe. Hehehe. Es musste sein. Was ist das? Schwefel. Schwefel brauchst du, um Patronen herzustellen. Okay. Dann wird das eingetütet. So. So. Ja, so ein habe ich versucht zu fangen. Nur in Level 16. Ja, da bist du nicht bereit dafür. Ja, ich weiß, habe ich gemerkt, ich bin noch fünfmal gestorben. Das war echt richtig ehrenlos. Oh, Schatz, ein Furz stinkt bis hier, ey. Oh, oh nee. Okay. Und jetzt wissen wir sechs Zuschauer. Einer davon bin ich. Uh. Also, aber gut, dass, dass du uns das jetzt weiter gesagt hast, weil. Also, nur in deinem Stream, ich weiß jetzt nicht, wer jetzt noch zugeschaltet ist. Depproschie ist auch noch. Ja. Genau. Kann man machen. Jetzt glaube ich zwar wie so eine Behinderte, aber kann man machen. Alter, wie viele Steine, die mir hier reingepackt haben. Diese Vollidioten. Was haben wir jetzt? Du, 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 du? Du hast alles Mögliche hier mit Steinen aufgebaut. Vielleicht dachten wir, du könntest noch mehr brauchen. Ja, guck mal, wie viele Steine. Ich kann hier ein ganzes Schloss bauen. Naja, man weiß nicht, was noch später kommt, wo man die Steine noch gebrauchen kann. Hm. Das Spiel ist noch im Early Exit. Okay. Aber gut, du brauchst Steine später, um Zement herzustellen. Ich glaube, ich habe genug Steine, um eine Welt herzustellen. Hör jetzt aus, Steine da rein zu packen, Mann. Ai, oh, mei. Man müsste ihnen irgendwie so eine, irgendwas machen, dass sie da nicht rein dürfen. Die packt mir immer mehr da rein, die dumme, die Hohlenuss. Auch noch Zeug, was du nicht brauchst. Das sind nur Händler auf der Welt. Ich glaube, deswegen machen die das. Damit du dich daran bereichern kannst. Ja, guck dir das an, Mann. Oh. Wieso? Wer hat hier gerade was reingepackt? Ich habe es gesehen. Die Ziffer ging hoch. Hier, wisst ihr was? Ich fick euch jetzt. So, was macht ihr jetzt? Ha? 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 Jetzt hast du es kaputt gemacht. Ja. Ja. Jetzt lacht niemand mehr hier. Wieso brauchst du überhaupt die kleinen Kiste noch immer? Weil ich die hübsch finde. Ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. Und dann stirbt sie. Kennst du das Lied nicht? Doch, doch, aber du stirbst halt. Warum? Mann, guck dieser Betreffekt. Weil die Viecher auf dich aufmerksam werden. Weg mit den Viechern. Schlag das Penguin tot. Oh, dann lass mich weg. Ich gehe mit meiner Laterne. Ich komme hier nicht wieder weg. Und meine Laterne mit mir. Rabimmel, Rabummel, Rabummel. Oh scheiße, jetzt ging es Ducky oder was? Hey Zwerge, hey Zwerge, hey Zwerge, hey Zwerge. Oh, hey Zwerge, hey Zwerge, hey Zwerge. Oh, ho, ho, ho. Ich kann nicht mal reden. Schlimmer, was für ein Lied kommt denn jetzt noch? Atemlos. Ja. Was darf ich nicht? Doch mit dem Mikro. Boah, ich habe vorhin ultra laut habe ich Digimon gesungen. Okay. Lebe deinen Traum. Lebe deinen Traum. Genau. Ich habe voll laut hier gesungen. Was habe ich noch? Ich habe One Piece noch gesungen, Beppo. Was Kai sagte gerade zu mir, ich liege ja auch als wäre ich gerade im Flugmodus, weil ich liege so richtig in meinem Stuhl. One Piece habe ich ja erst angefangen zu gucken, wegen Ding und Star. Und ähm, ey, ich habe die Scheiß-Tippmelodie, die werde ich nicht mehr los. Obwohl ich die Serie gar nicht mehr gucke. Dann such die doch. Ich gucke sie gar nicht mehr, ich habe aufgehört. Gucke, fall fertig. Ich bin voll 16. Ja, das sind immer Prudows sind noch. Nein. Nein. Ich ziehe mir Stranger Things, glaube ich, wieder rein. Sie geht gerade so, als würde sie dieses eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, drei, vier, eine Rolle. Oh guck sie ist wie du, sie hat nämlich einen Verband ums Knie. Das ist aber nett, das ist aber das falsche Knie. Und bei mir ist es auch das Reste. Wieso habt ihr dann verbattet, um zu tun? Echt jetzt? Ja! Guck dir das, was die hier gelootet haben. Das ist in gecrinscht. Mein Feini hier. Wir wetten, wenn ich jetzt bei mir im Lager ankommen, haben sie wie die ganzen Kisten vollgeknallt und ich habe da keinen Platz, jetzt alles abzuladen. Du musst die Kisten auch umsortieren, das ist noch toller. Und dann schmeißt du deine ganze Ordnung aus. Ja. Immer und immer wieder? Ja. Ja. Wenn du irgendwo eine Kiste hinstellst, dann schmeißen sie den ganzen Scheiß da rein. Es sind nicht gerade die Klickste. Meine Dullis machen das hier auch. Ja, hungrig, hungrig. Ja, Leute. Ich muss erstmal hier umsiedeln, ja? Ihr hilft mir ja nicht mal. Ist hier jemand, der Feuer machen kann, bitte? Bruder. Bruder. Guck mal her. Du hast doch den großen Vogel. Na ja, ich sag ihm, der Bruder soll kommen, aber der Bruder will nicht. Guck, der tanzte. Wer hat denn hier die ganze Scheiße hingelegt? Hast du keine Kiste mehr? Er hat sie ja kaputt gemacht. Ja, ich hab die mit Absicht kaputt gemacht. Das ist ja nicht, dass sie aufhören Scheiß da hinzulegen. Genau. Ach guck, jetzt macht er voll voll. Wow. Wow. Jetzt brennt er die andere Kiste ab. Okay. Ich hab gesehen, wie du die Kiste kaputt machst. Nein. Ich will halt das Dach hübscher machen, aber ich weiß noch nicht viel. Du musst die Ploffung mir hübsch machen. Was muss ich? Das ist ja das Problem, John. Es ist kein Dach da. Was meinst du, Bibs? Du musst dir ein Dach mit hübsch machen, weil der Ploffung ein Problem hat. Nein, die kommen da rein. Ich hab's schon versucht. Die, die da rein müssen, kommen rein. Also Pedobar war mit seinem Mini-Hammer da. Alter. Ey, du bist doch nicht fertig. Hier stinkt dir. Komm zurück. Was ich auch staunlich finde, ist, dass dieses Gebäude ohne Säulen und ohne Mörtel einfach so zusammenhält. Early Access-Physik. Und die Presse, die Presse ist komplex. Das ist ja auch wie in Minecraft, da kannst du auch so bauen. Ja. In Minecraft sehen ja auch nicht alle Dungeons gleich aus. Zehn Blocke hoch und dann 100 Blöcke nach links und es hält. Das hat ja eigentlich nur auf irgend so ein Herr, das aussieht wie ein Pokémon, äh Quatsch. Aussieht wie ein Creeper oder so. Ja. Und dann haust du das und dann geht das hoch. Die gibt es auch hier, das sind die Tokotoks. Wenn die dich sehen, dann laufen sie zu dir und explodieren. Okay. Ich schreibe schon nie ganz kurz. Ah, okay. Der Penner hat mir nämlich nicht Bescheid gesagt. Sein Flug sollte um 19 Uhr gehen und ich habe gewartet, dass er mir schreibt, ich bin im Flugzeug. 21 bis 47, er hat immer noch nicht geschrieben. Wieso ist mein Vogel noch immer hungrig? Ich gehe jetzt auf Shiny-Jagd einfach. Was, was fackelt du da ab? Oh Gott, ich dachte, da fackelt da die Bude gerade ab. Oh, die sind schon ausgebrötet, okay. Ich weiß nicht, was die Mooney macht. Die reißt einfach Hütten ab. Ja, meine alte Hütte. Oh, jetzt kann ich mich gar nicht mehr bewegen. Juhu! Ein Lease-Punk-Ignis. Das ist auch immer nach der heißesten Pose. Aha. Da steht da nicht wirklich, ne? So wie Sassy, wie Sassy, die immer einen One-Night-Stand sucht. Ja. Ist das ein NPC in Pal-World, oder? Nein, das ist ein Paul. Das stand immer auf der Suche nach dem nächsten One-Night-Stand. Und hat sich nicht nur auf Paul spezialisiert, sondern auch auf Menschen. Warte, ich such's dir. Das verschwindet nicht, wenn ich das hier einfach nur abwerfe, oder? Abwerfen nicht, äh, das andere schon. Okay. Ja. Dann gehen wir mal wieder hin. Ah, wo ist Sassy jetzt hin? Ständig auf der Suche nach dem nächsten One-Night-Stand. Zeigte frühe Interesse nur an anderen Pauls, macht sich in letzter Zeit aber auch öfters an Menschen ran. E. Das Spiel ist sehr schnell sehr merkwürdig geworden und ich dachte schon, die Sklaverei wäre das merkwürdigste da im Spiel. Egal. Später kannst du auch Prostitution dann anbieten. Kann ich hier nicht diese 400 Chisbee-Tot auch aufteilen? Äh, sind das jetzt 408 oder sind das jetzt 136 Holz? Das bin ich verwirrt. Nein, du hast einmal das gewischt und einmal die Einheit. Hälfte nehmen, ab. Ja, jetzt habe ich aber alles abgeworfen. Ja, stell dir vor, du musst das viel in den Entsafter. Was verstehe ich denn? Ja, das wird entsacht bei mir. Kann ich nicht ein bisschen was davon ab? Doch, du kannst die Hälfte runternehmen. Schiff und das... Speppolife, ah ja. Ja. Bei mir im Stream ist es sehr spannend, ich fliege übers Meer. Und das schon gut ne viertel Stunde. Jetzt bin ich überfragt, jetzt bin ich, jetzt bin ich gerade richtig dumm, glaube ich. Die lockieren die Streams hier bei mir. Hälfte nehmen, Shift, ist das. Aha. Kann ich von der Hälfte auch nochmal die Hälfte nehmen? Yeah. Du kannst es unendlich streiten, bis du nur einen hast. Ja, das ist ein Flugzeug. So. So kann ich nämlich, glaube ich, ein bisschen schneller laufen. Muss ich halt nochmal ein paar Mal öfter laufen. Ach Gott. Ich finde, Marcel ist erschreckend leise. Das ist sehr ungewöhnlich, ja. Vielleicht hat er ja Fieber, so wie. Marcel? Marcel, geht's ihnen gut? Wer hat Marcel getötet? Marcel? Marcel steckt nach Fisch. Marcel? Marcel? Marcel, Forelle? Marcel? 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 Machst du das mit Absicht? Oder er ist gemutet, so wie ich immer. Aha. Oder er ist wieder am Telefonieren. Marcel? Marcel, leg auf mit deiner Freundin und rede mit uns bitte. Oder jemand hat an der Tür geklopft. Marcel? Marcel? Antworte uns! Ist dir was passiert? Bist du tot? Stell dir mal vor, er wurde so getötet beim Discord und wir haben das nicht mitbekommen. Ich glaube, das hat er mal gehört, dann wäre er so... Dann hat den Trickle geglaubt, dass ich wäre wieder so ein Alert von ihm. Das war ein bisschen hart, aber ja. Der sichere Tod. Marcel? Ah, da ist er ja. Okay. Ah, da kannst du wieder gehen. Er wollte sich glaube ich nur bemerkbar machen, weil wir die ganze Zeit Marcel, 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 Marcel gesagt haben. Marcel? 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 Ich hab dich ja akustisch nicht verstanden. Bibi, er hat da Tränen in den Augen. Warum? Weil du hungrig bist. Ich hab aber auch gar nicht so viel zu essen. Jetzt sagt er nichts mehr. Prügel, nehmen die Eier raus. Marcel, Beppo hat gesagt, du riechst nach Fisch. Was macht er? Ist der am Jackson? Oder warum redet er nicht? Es ist, was ist. Es ist, was ist. Er hat deinen Mund vor... Es ist, was ist. Kann ich nicht auch irgendwie Schnellreise machen? Was ist denn C, Schnellreise? Schnellreise kannst du über deine Polestation machen. Ich bin einfach schon seit einer Stunde auf Mute. Ich gucke mir nebenbei TikToks an und ihr unterhaltet euch die ganze Zeit überhaupt forward. Ja, Junge, warum bist du... Was war das denn jetzt? Wollte einfach nicht dazwischenreden, weil ich spiel das Spiel ja nicht. Dann lade es dir runter. Nein. Kannst doch von was anderem reden. Nein. Doch. Wie bist du mit Sims vorangekommen? Äh, gar nicht mehr. Baut das Empire State Building in Sims ein. Du spielst das jetzt noch nicht mehr, oder wie? In Roten. Baut den Kölner Dom in Sims. Was hast du denn heute gegessen, Marcel? Rot. Ja, Junge, weißt du, wenn ich schon versuche hier im Gespräch zu... Ich bin einfach nur AFK hier am Handy ein bisschen am Dettel. Bisschen, bisschen. Du hast gar nicht, du hast nicht geredet seit einer Stunde. Nö. Was machst du jetzt? Ich will einfach nur hier sitzen. Genau. Das ist nicht erlaubt. Was wollte ich hier denn so unbedingt... Ich wollte hier irgendwas unbedingt haben. Ich wollte auf dem Vieh da reiten. Welches Vieh? Ah, da fängt Lupe. Ah, ich wollte auf diesem Vieh reiten. Nee, reite auf die Katze. Die grisste Katze ist lustiger. Nein, ich will auf dem Vieh reiten. Oder auf den Pädobär. Ich will auf dem Vieh reiten. Pädobär kannst du nicht reiten, er kann nur schießen. Ja, 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 ja. Jetzt stelle ich ihnen da ein Silo hin und dann machen sie mir den ganzen Schein aufs Silo drauf. Nee, den Silo kannst du nicht befüllen. Der hilft dir nur zur Produktion. Was ist ein Vertäubungsknüppel? Meine sadistische Seite kommt mal. Ja, ja, der ist geil, der Knüppel. Dass du da sagst, wundert mich ja gar nicht. Glaub mir, die Leute arbeiten. So ein Killer. Nö. Wo pack dir diesen Scheiß denn hin? Nimm die Steinchen. Bei dir ist keine Disziplin, Kim. Du Pädobär ist so witzig einfach nur, wie der läuft. Komm her, meine Kinder. Nö. Ja, wirklich. So, hab ich alles hier wieder aufgeräumt und das war jetzt mein letzter Gar Scheiße. Für den ersten Umzug. Oh Mann, hör doch auf, das ist auf mich raufzupacken, du Hundesohn. Deine Pols sind erschöpft. Ist das schlimm. Ja, ich weiß. Achso, oder meinst du, wem meinst du? Ich meine. Ist das schlimm. Okay, jetzt kann ich mich gar nicht mehr bewegen. In einem Konzentrationslager wird gearbeitet. Der Dino ist sowieso kacke, Mann. Er ist immer erschöpft, der Buhr. Die Presse von dem reden wir gar nicht. Der Bruder ist die ganze Zeit und dann... Die Presse kannst du einen Kaffee geben. Ah? Die Presse kannst du auch einen Kaffee geben. Was für einen Kaffee? Du kannst Kaffee kochen. Die Presse soll sich einfach mal ein bisschen an den Arsch greifen und schneller arbeiten. Ich find das Lied so scheiße. Come to say how much I can... Selina Gomez? Kann ich mir anhören. Auch mitsingen. Ich kann das meiste halt mitsingen. too much... Das is... Selina Gomez ist eher meine beste Freundin. Ich bin eher... 80er-Jahre-Musik, ja. Obwohl, ich habe jetzt wieder Metallica für mich entdeckt. Avengers 7-Fold. Nur wegen Fortnite, weißt du. Ich vermisse den Alert. Ich vermisse den Alert. Für Fortnite. Marcel, dein Einsatz. Du hast zu lange gedauert. Marcel, das war kein guter Einsatz. Das, was wir einfach haben, war das. Emotional damage. Okay, ich toppe alles. Geht richtig los hier. 2, 2, 1. Wieso habe ich deine Alerts? Raus mit den Viechern. Sind die vom Server? Du hast mein Lieblingsding drin. Raus mit den Viechern. Und hier. Sympathisch, man kann sich unterhalten. Oh yeah! Ja! Ah, Livio's... Stop! Okay, let's go! Und his name is John Cena! Ich muss raus! Ich glaube, das war ihm zu viel. Er ist rausgegangen, ich glaube, das war ihm zu viel. Ja, mit dem Krasse! Ja, mit dem Krasse! Ich liebe dich! Ja, mit dem Krasse! Ja, mit dem Krasse! Ja, mit dem Krasse! Durch die Soundboard Disco! Ja, kann ich verstehen, kann ich verstehen! Wer? Ja! Es war gerade ein Überschuss an ein bisschen Spaß! Muss sein! Das ist Beppo! Ich habe gar nichts gemacht! Gar nichts! Gar nichts! Alles machst! Alles schuld! Das ist das Beste, was ich eingebaut habe! Das stimmt! Das stimmt! Das stimmt! Das ist wirklich geil! Muss ich ehrlich gestehen! So! Hier baue ich dann erstmal mal ein... Ihr müsstet hören, ihr müsstet hören, was kommt, wenn Beppo in den Discord reinkommt! Beppo, geh nochmal raus und rein! Ich will das hören! Yes, ich kann das abspülen! Ja, mit dem Krasse! Was kommt nochmal bei Marcel, wenn er reinkommt? Äh, bei mir kommt... Das! Hallo, ihr Schwuchtel! Wie nett! Ja, bei mir kommt das! Ich muss viel Arbeit haben! Aber ich habe keine! Und du kannst dir das einstellen! Glaubst du, dass ich sowas hinkriege? Ja! Wenn Marcel es hinbekommt! Das haben wir... Das haben wir vorhin! Ich habe so gefragt, so, wo ist das Dingens denn, wo man das einstellt? Und da meinte Beppo so, wenn Marcel das hinbekommt, kriegst du das auch hin! Gott, ich will! Mensch! Mir alles selber beigebracht! Ah? Mir alles selber beigebracht! Du hast YouTubes Videos geschaut! Ja, und wir nicht! Glaubst du, jemand hat uns das beigebracht? Ja! Wenn du es selbst bei dir beigebracht hättest, hättest du das Programm auseinandergenommen! Hm, nein! Na, ich könnte damit anfangen, ja! Aber, ne! Ja, bitte! Das ist die Wegrange, ne? Ich weiß nicht, wie viele Stunden ich hier saße anfange! Ja, die kannst du in jederzeit wieder aufsammeln! Möchtest du nicht vielleicht sonst mit in diesen Call kommen? Da gibt es noch zwei weitere, die dir mit auch bei einem helfen können, weil so viel weiß ich noch nicht! Also abbauen kannst du wieder, wenn du bei B, also wenn du wieder B drückst und dann C! Okay! Dann steht ja unten Rückmodus! So baust du es wieder ab und du kriegst das ganze Holz auch wieder! Zur Not könntest du auch mit in den Call kommen, die wissen mehr, die beiden! Wenn du es abbaust, dann musst du C drücken und auch darauf gucken! Ja, dann wird es so weiß angezeigt! Genau! Ich weiß, wo, ähm, wo du das nicht gebiet könnt für, um DLC! Also wir beißen nicht! Wir sind cool! Äh, Escape drücke ich immer! Die haben gerade gesagt, sie beißen nicht! Und Kevin hat schöne Beine! Und die haben auch gute Tipps für den Anfang für dich! Also bau dir auf jeden Fall eine kleine Base schon und... Er hat Angst vor uns! Nein, er hat keine Angst vor euch! Ich weiß nicht, vielleicht geht er gerade nicht raus, weil sein Kumpel da irgendwie noch drin ist! Ich weiß das nicht! Nachts? Kann das sein, ich habe Hinterkleidungen! So, da habe ich das hingebaut, da habe ich das hingebaut! Ich suche mir jetzt ein paar Shinies! Wieso bin ich gestorben? Wieso bin ich gestorben? Also jetzt wacht aber jemand hier auf! Ich brauche Fasern! Kommt! Irgendein Buhr, der mir helft! Ey! Ey, geh schlafen, Mann! Es ist Nacht, die stehen jetzt nicht auf! Was ist eigentlich dieser blaue Rand hier bei mir? Das ist eine Grenze! Darüber kannst du nicht bauen! Solltest du nicht bauen! Oh! Oh! Alles, was in dieser Zone ist, ist dein, ähm... Wie nennt man das? Ist deine Bauszone, wo du deine Ressourcen aus deinen Kisten auch nutzen kannst! Genau! Wenn du weiter gehst... Wird, äh... Alles aus deinem Taschen! Hast du die Ressourcen, die sind nicht hinter dieser blauen Linie verfügbar! Weil ich habe auch dummerweise zu weit gebaut! Ich hätte das jetzt nicht gewusst, deswegen fragte ich das lieber jetzt! Also diese Hexe gibt mir ja sowas von auf die Nerven, ne? Dankeschön! Oh! Meine Pauls wollen nicht in ihren Betten schlafen! Weil sie fleisch zu klein sind? Äh, ich denke nicht! Sogar die Kleinen wollen nicht rein schlafen! Äh, manchmal gehen sie hoch, manchmal nicht! Oder sie können ja noch keine Treppe gehen! Ich glaube, die haben einfach keine Lust mehr! Ich bitte dir das jetzt nochmal an! Willst du hier mit reinkommen? Ich geh mal auf shiny Jagd! Schatz? Ich bitte dir das jetzt nochmal an! Willst du mit reinkommen? Man kann ja jetzt schon zu ihrem Glück nicht zwingen, ne? Das kannst du auch hier drin! Aber die Shinies kommen auch nur so manchmal, ne? Ja! Scheiße! Egal! Ich geh auf shiny Jagd! Ich geh auf shiny Jagd! Ich bin hier nicht mit! Wann sie sehen? Ich bin hier und ich bin da angegelt. Kopf lionchen! Ich bin zufrieden! Ja! Da wird ein nicht reinkommen! Ich bin hier und ich bin hier. Es bin hier der Schritt! Aber du hast dich näher. Und ich bin hier nicht nur so. Das heißt, ich kann ja noch weiter nach da bauen, ne? Das heißt, dann muss ich hier nochmal ganz kurz zählen. Das Bett auch nochmal kurz abbauen. So, was ist hier? Guck, 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 guck. Guck, 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 guck. So, bauen. Ich hoffe nur zu Gott, dass ich heute nicht zu spät geradet werde. Wieso, war das dir gestern zu spät, oder? Ja. Ja, ja, ein bisschen, ein bisschen. Der erste Wait war schon später, war der zweite danach. Also, falls ich gewartet werde. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass ich hier jeden Tag gewartet werde. Komm, wo ist denn hier ein Shiny? Komm. Ich will da schöne Grau. Man sollte einen Raider von Einstein holen. Schatz? Wo ist dein Capco? Das Problem ist halt schon, ich weiß nie, wie lange ich streame. Das kann manchmal sechs Stunden sein, manchmal zwei Stunden. Das hängt immer von meiner Laune ab. Aber heute eindeutig nicht so lange, weil ich bin tot. Morgen gehe ich wieder arbeiten aus. Das wird mir jetzt wirklich dreckig gehen in der Nacht. Ist da jemand auch krank? Hm. Kenne ich. Das sind wir hier auch. Alle. Aber deswegen war ich ja heute zu Hause. Ich habe sogar den Termin beim Zuschlugen abgesagt, weil ich hatte gar keinen Bock dahin zu gehen. Ist das so schlimm, wenn das hier so ein kleines Stückchen drüber geht oder ist das nicht schlimm? Ja, das geht, das geht. All deine richtigen Sachen müssen im Kreis. Ja. Ich würde jetzt halt nicht eine ganze Platte oder so rausstellen. Nee. Ja. Ja, aber man... Weights abzulehnen, keine Ahnung. Das wäre ein bisschen... hochnäsig, finde ich. Ist halt gestern einfach ein bisschen doof gelaufen. Ich war ja auch mega dankbar dafür. Ich habe ja auch durchgezogen. Aber am nächsten Tag war ich halt... Ich glaube, ich habe schlussendlich erst um vier oder um halb fünf morgens geschlafen. Und mein Wecker klingelt um sechs fünfzehn. Ich habe sofort ne... Ich habe mir einen Wecker gestellt, um dann mich abzumelden. Dann bin ich ja nicht. Ja, meiste, ich komme nicht. Deswegen... Dachte ich mir nur so voll motiviert, so, ja... Gehst du zum Psychologen, danach... Da war der Termin heute Mittag. Heute Mittag war ich so, ne... Ne. Ja, kann er. Wie weit kann ich das Lager... Also das Feuer... An... Meiner Welt packen? Weit weg. Äh, brenn deine Bude bitte nicht ab. Das hatte ich eigentlich nicht vor. Kommt jedes Mal vor. Ich weiß nicht, wie oft ich meine Bude abgebrannt habe. Oh, jetzt haben wir ein PC kurz überfordert. Fürs Dungeon. Ja. Guck schon wieder, das Dungeon blockiert immer. Immer. Das ist jetzt schon zum zweiten Mal, dass das Dungeon blockiert. Oder der macht so schnell Kleinholz als der. Wo bin ich denn hier? Das ist ein Mau. Ich möchte das Mau haben. Oh nein, ich hab's getötet aus Versehen. Nja. Ich hab das falsche Knöpchen gedrückt. Ah, ich bin so dumm. Immer diese Pornomusik in meinem Stream. Was ist hier? Überfall? Überfall. Du wirst überfallen. Warum? Du musst sie töten. Ah, wo sind meine Pfeile? Aber sie kann ihre Pauls ja noch gar nicht losschicken. Ja. Das wird lustig. Oh nein. Warum wäre der nicht? Hast du einen Paul bei dir? Ja, ich glaub schon. Dann lass ihn raus und mach, dass er angreift. Ich hoffe, dass... Dein Lager wird von Wilder... Ja, ich hoffe, dass es nicht die sind mit dem Feuer. Ja, ich kann sie nicht rauslassen. Doch, jetzt. Nein, geh raus. Drei. Geh auch raus. Eins. Eins. Du kannst sie nicht alle aus deiner Tasche, kannst du nur einen immer befremden. Hm. Ja, warum sind meine Pfeile nicht bei mir? Guck mal, sie sind tot. Ist aber sehr langsam... Ja, ja, ist Pornomusik, John. Oh, jetzt hab ich Brot. Oh, der ist sauer. Der ist sauer. Cool. Was ist das? Böse Mietze Katzen. Meine Paulseele. Hey, cool. Allein schon. Hey, cool, hey, cool, hey, cool. So, hier habt ihr alle nochmal ein bisschen was zu essen. Ist zwar nicht viel, aber... Immerhin etwas. So, kommen wir da zurück. Dein Seele war dein Pfeiler. Jetzt kannst du dazu tanzen, John. Ist das eher... Aber nicht schneller als... Ich weiß es nicht, John. Ich kann es dir nicht sagen. Ich mach so was nicht. Ich bin ein gutes Kind. Mann, hört doch mal... Chillt doch mal eure Kalamaris, Mann. Kalamari ist tot. Ich hab euch hier nochmal ein paar Bären rein, dann seid ihr glücklich. Ich hab mir gedacht, wir werden da noch mal tanzen. Ich hab jetzt noch eine Baseball zu weiterkommen, bitte da rauf. Der Kalamari ist sauer. Der Kalamari. Der Kalamari. Das ist gar nichts, das stört voll die Musik, ja. Ola. Bleib drin, du Penner. Bleib drin, du Penner. Und da schießen wir 6.000 Bälle auf ihn dran. Wenn die Türen auch aufmachen, wissen Sie, wie das geht? Ne, wenn die Tür zu ist. Muss ich sie offen lassen, ja? Ja. Bleib doch drin, Buur. Es hat keinen Sinn, mit mir zu diskutieren. Du wirst eh drin bleiben. Und arbeiten. So, ich hab ihn. Ne, ich hab nen Boss gemacht. Nein, der Buur wollte nicht drin bleiben. Der wollte nicht in Zaubertslage. Ich hab so nen Kalamari gefangen. Kalamari. 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 Kalamari hat ein bisschen den Arsch versollt. Die, 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 die. Ein bisschen fett den Arsch versollt. Mhm. 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 Hätte ich fast noch ein Schichtchen über, überfahren. Aber ruhig für den Anfang kann ich mir das doch hier mit Wänden umziehen, oder nicht? Ja, das haben wir auch so gemacht. Das wird eng. Was wird eng? Wieder hier hoch zu klettern. Das geht. Ah, ich hab's geklärt. Das Beste, was ich bis jetzt im Spiel gefangen hab, ist mein Shiny Wolf. Das ist ein cooler. Bin ich den ganzen Weg da runter gelaufen? Ich hab nen Shiny gesucht. Ich hab nen Boss gefunden. Da muss es aber irgendwie was geben, wo diese Pauls auftauchen. Die... 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 Die Shinies. Mhm. Es gibt eine Stelle, wo Shinies immer auftauchen. Beim Vulkan. Ja, ne, ich will halt das Huhn oder das Schäfchen gerade. So, jetzt habe ich das alles komplett eingezäunt, das ist doch schon mal sehr gut. Bis jemand mit Feuer kommt. Dann töte ich sie glaube ich alle. Es genügt, dass eine Platte brennt, dann brennt alles. Ja. Und du kannst es nicht aufhalten. Hm. Aber jetzt verstehe ich auch, was ihr meint mit Platzmangel. Also das Ding hier ist ja auch schon ziemlich groß, ne? Aber deswegen, ich sanke, du wirst umziehen müssen. Aber wenigstens bin ich schon einmal umgezogen, weil ich gemerkt hab, okay, da passt nicht alles an. Aber jetzt hast du noch mehr Material. Es musst du noch mehr mitschleppen. Pssst. Na, ich sag's ja nur. Bring mich nicht um. Frag mich, ob ich aufs Mammut losgehen soll. Du bist klar stark genug dafür, oder? Ich bin sieben, ne, er ist 38. Ja, ne, er ist zehn Level über mir. Bist du 38 schon? Er ist 38. Okay, ich könnte ihn ja schon fast challengen, ich bin 37. Aber diese Kisten, die hier stehen, ne, die kann ich doch bestimmt auch hier mit drauf platzieren, oder nicht? Ja. Ja, 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 ja. Ah, okay. Das ist, das macht es doch alles nur noch einfacher. Wer bist du denn? Oh, dich will ich haben. Dann mach die Tür zu. Aber greift er nicht mein Feuer-Dings da an und dann ist meine ganze Base kaputt? Das ist doch kein Feuer-Dings. Ich hab ein Feuer-Dings da. Ah doch, der kann alles abbrennen. Dieser Penner. Jetzt ungünstig. Aber ich will ihn haben. Oh, Bippo, deine Base hat sich komplett aufgelöst. Nooo. Hier stehen nur noch die zwei Sachen. Krass. Das, obwohl ich es nicht weggemacht hab. Bitte nicht ganz kaputt machen. Hallo, ich will ihn noch haben. Ja, okay, hat sich erledigt. Das schaffe ich. Voll glücklich. Wenn er zu nah kommt, töten sie ihn. Das hab ich jetzt gerade auch bemerkt. So, jetzt wird es hier wieder dunkel. Das ist nicht so schlimm. So, wo baue ich denn jetzt meine... Kann ich doch auch woanders mit hinbauen, wo ich noch ein bisschen mehr Platz hab, ne? So wie hier zum Beispiel. Ich muss ja nicht alles einzäunen. Ich kann ja zum Beispiel hier die Sachen hier draußen hinpacken, oder nicht? Ja, ja. Ist wie du willst. Ich muss ja nicht mehr Platz sein, oder nicht? Ich muss ja nicht mehr Platz sein. Ich muss ja nicht mehr Platz sein. Ich muss ja nicht mehr Platz sein, oder nicht mehr Platz sein, oder nicht mehr Platz sein. Boah. Also, ein Cut Map komplett zu... Bausen durch zu flayern, brauche ich schlag was ich umfliege die map einmal den ganzen rand um zu sehen wie groß die welt genau ist und es dauert ewig dann habe ich das schon mal hier und jetzt kommt schon nicht mehr rein in das kopf john ich drücke kein knöpfchen mehr ich verspreche es dir ich drücke kein ich mache mag es wirklich hier voll cozy nimmst du jetzt kommt der der schleim ich bin glücklich wenn ihr glücklich seid wenn ihr es euch gefällt bei mir hört ihr es hört ihr hört es nach ihr hört es hier ist ein shiny wo 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 das kann ich sterben wenn ich nichts esse oder was du hast es auch schon muss ich auch immer dafür sorgen dass ich genug zu fressen das ist ja wahnsinn das ist ja der absolute burner so wo waren jetzt meine pfeile hier waren dann frage ich das jetzt mal bei mir das kann rüber das kann rüber das kann rüber das kann rüber das war bei mir ist schon richtig bin ich richtig immer noch nicht genug okay glaubst er ist hier sie nehmen sie nicht stand vogel um von oben zu schauen das ist der affe es ist der affe das ist tanzi es ist tanz verbot leute das ist tanzi es geht wohl für ihn töten die kannst du erhöhen aber was ist das wichtigste am anfang gewischt seht ihr das bringt was einfach über die map zu laufen in der hoffnung entscheidend zu füllen es war einfach zu viel lärm jetzt der kampf die musik scheinen also tanz verboten das ist cool das war tanz verboten ich habe keine werkbank gebaut doch der iklige dass er aber da oben auf dem stein sitzt gleich finden wir noch ein ich stelle mir vor wenn du ein ein scheinemammut kennt das wie groß der ist ob es den gibt eigentlich kannst du jeden fall im schein finden hört ihr das geräusch das hat so geklungen als wäre noch einer da ja ich habe ihn bekommen aber es ist zu viel lärm na einer ist ja schon mal ein guter anfang ich frage mich wie groß der igel scheinen die sein ist das denn so ein monster igel oder kleven es wird ja eine mega granate sein wenn du den auf die leute schmeißt nicht angreifen also wenn du wenn das alles über dir ist schatz nicht angreifen oder du musst ein bisschen schaden zufügen schatz ist die pokémon das ging nicht du musst ihn ein bisschen auch hat dein freund noch nie pokémon gespielt doch aber das ist ja was ganz anderes ein bisschen war so ist das gleiche prinzip jetzt hat er es geschafft ach mein gott ich glaube ich bin gerade gestorben wie du bist gestorben du bist so dumm wegen meinem knie auch okay smack ihn weg wolfie oh mein gott der löchert ihn mein wolf ist mein wolf ist so brutal stark was ist dieses du hast keine vereinbaren rezepte schalte welche in technologien frei diese paul aufrüstungsbank ja da musst du in deinen technologien noch verschiedene sachen freischaut dafür da können was zu bauen und ist ab was ist denn das was ist das für die ich sollte ja in den technologien gehen da bin ich ja da steht meistens in der beschreibung drinnen ob es über die bank gebaut werden muss da steht da drin ja in der beschreibung vom artikel kleine porte menschen festgesetzt nur für kleine porte menschen ich check das nicht was du meintest tatsächlich hier steht der primitire werkbank also was hast du gemacht du hast primitive werkbank ich habe hier genau die habe ich und ich habe eben die hier gebaut paul aufrüstungswerkbank ah die rosa die ausrüstungbank die ist nur für die paul satt sattel und ausrüstungsteil für die pauls also auch so was wie hier für das für den fuchs für sein halsband ja also sein geschirr mhm aha mhm danke das hat mich jetzt natürlich ein bisschen schlauer gemacht das war das zum reparieren ja genau er ist noch erschreckend ruhig dafür dass er nach schwitzer lobby ist ja vielleicht sollst du ihn freuen das heißt ich kann ein tanzverbot jetzt eine akam bauen und dann wird er kommt er mit der riesen knarre und knallt jeden ab schatz darf ich dir noch was erklären so nebenbei egal die ganzen ölaugen hier schon wieder ja was ist ein ölauge ein nack ach so okay er hat mich so ein bisschen ölauge an ösilen quasi so irgendwas wollte ich jetzt gerade noch machen ich habe vergessen aber dafür brauche ich wieder holz ich muss doch hier irgendwo noch bälle gehabt haben wenn die jetzt einfach bälle ist einfach da okay bälle pokets wäre dann haben wir ihn gern da können wir copyright drauf anmelden auf pokets fern wort haben wir erfunden dann wie scheinieren ich mache unbedingt hier gleich irgendwo so einen kack hirschmann und dann fällt er runter noch zum da liter blüder mann hast du kein act noch mehr trinkst du das andere war ja er knog ist nur für die winterzeit ich hab fand er heute und wo sich wofür welcher paul zuständig ist in seiner bio siehst du unten was für arbeit er macht also hier ist einmal ein pflanzensymbol also ein zwei blätter und ein zaun er ist für feuer zuständig ich glaube ich habe es verstanden ich glaube ich habe es auch gott meine könne doch nicht ernst mal Mensch, ich muss die Umrundung hin, das ist fertig, gell. Oh Mann, ey, ich verdrück mich jedes Mal. Glück, bist du wieder da, wie geht's dir? Und kämpf, wie weit bist du mit Danubis? Klar nicht, ich bin auf Shiny-Jagd. Ich hab' nen Tansi gefangen. Ich will nur Shinies fangen, der Rest ist mir wurscht. Na ja, den hab' ich vorhin gefangen. Schatz, der Typ nervt schon wieder hier. Ich hab' mal ne Frage, er kennt meine Festplatte nicht. Wieso? Also, was muss ich machen? Ja, das ist doof, aber... Der Kumpel hat Ahnung davon. Aber er ist groß, guck. Er ist halt größer als die anderen schon, weißt du. Ist doch viel cooler, auf so'n großen Wolf zu reiten. Hm, wenn er mich gleich anruft, dann werde ich hier richtig zum Tier. Ich verkaufe doch nicht ein PC. Alter, und dann werde ich stets wahrscheinlich hier genervt. Was? Nur die Größe meiner Pollen. Ich hab' meinen PC heute verkauft, meinen alten. Ja. Und der Typ hat nicht so wirklich viel Ahnung von PCs. Und jetzt ruft er halt auch an und fragt Dinge und sagt hier und da und ich brauch' mal da Hilfe, ich brauch' mal hier Hilfe. Das ist ganz schön nervig. Kein Anschluss mit dieser Nummer. Genau. Das ist mein Problem, weil... Sag' ihm das. Ja. Er funktioniert, nur weil der Typ zu dumm ist zum Funktionieren, ist das nicht dein Problem. Oh mein Gott, hier sind ja nur Mammuts. Ist hier irgendwie so'n Treffen? Treffen der Giganten. Ja. Ich merk' Dabei will ich nur Shinies fangen. Oh, dir dort eine dritte Base... No. Man kann sich keine dritte Base bauen. Noch nicht. Noch nicht. Entschuldigung. Und fight' die Mammuts. Ja, klar. Ich mach' das mit nem kleinen Finger. So. Warte, ich geh' da. Ne, ist das falsches Spiel. Entschuldigung. Blumos. Du kannst dann easy respawnen. Blum ist es nicht, aber... Ne, ne. Wenn ich stark genug bin, dann nehm' ich mir einen. Was gibt's hier, was ich fighten kann? Was ist das für ein Level? Was ist das für ein Level? 32. Guck' ob ich nicht... Oh! Ich bin zu nah. Ich bin zu nah. So lange wie gestern lügt, weil... Ich schaff' das nicht. Sag' mir nicht, dass wir jetzt hier wieder meine Ordnung durcheinander bringen. Doch. Ich geh' das mal lieber bauen, mein Bruder hin. Ja. Los, brav. Du? Hat er das jetzt sich voneinander getroffen? Hat er. Ich muss kommen. Nein. Sag' es nicht, sag' es nicht. Sonst wird's vielleicht passieren. Sonst wären schon welche da, glaubst du nicht? Nein. Äh, ne? Das ist schon fast unnormal. Das ist schon fast gestört. Nimm' ich den dann. So. Ein paar Bäume. Der Fame hat nachgelassen. Glück ist es einfach das. War nur von kurzer Dauer. Für die Famous Queen. Ich wusste es, dass du das schreibst. Wie finden sich die Pauls von alleine? Ja. Wenn du, ähm, baust und sammelst und kämpfst und so weiter. Ah. Guck mal, das ist doch ein kleines süßes Lager bis jetzt, ne? Ja. Schöne sauberes Lager. Auf jeden Fall wirst du das vergrößern müssen. Ja. Aber jetzt noch nicht. Morgen. Morgen, ja. Morgen ziehst du um. Und du hast Hunger. Du kannst verhungern. Ja, ja. Du kannst verhungern. Ja. 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 Ich bin's. Ja. 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 E-bay-Typ nervt immer noch. Ne, das ist ein neuer E-bay-Typ. Weil er das nicht geschissen kriegt. Schreibe ihm, scheißupfer. Ist das zu nah da dran dann, oder was? Es kann manchmal sein, weil der Bode nicht eben ist. Was nen Scheiß. Jemals wär's ne Wasserwaage auf den Boden legen und dann sagen, ja, das ist ne gute Stellung zu bauen. Aber selbst hier sagt er geht... so schief sagt er geht auch nicht. Ne, dann bist du zu nah an irgendwas. Wenn über alles... wo muss man... Ja, aber nicht jeder überlegt. Musst du auch bedenken. Wie, der hat schon wieder Hunger. Du scheißupfer. Wackert mein Bein. Meine, Männer überlegen so was. Ja, Männer halt, ne. So. Dann wollen wir mal auf die Jagd gehen auf... Immer diese Männer. Ein Hirsch sagtest du, ne? Ein Hirsch, ja. Ach, ich kann doch gar nicht auf die Jagd gehen. Ein Hirsch. Ich muss erstmal meine Waffe nochmal heil machen. Dann brauche ich noch ein bisschen... Sag doch mal schnell. Wie heißt das, was ich brauche? Die Bälle. So. Die Poké ist fern. Genau. Schon alle halbe Stunden gebraucht, für Anker eure Erinnerung im ganzen Map zu fletten. Du kriegst dieses Insta-Profil nicht. Egal wie oft du fragst, du wirst es nicht bekommen. Weißt du, Beppo, das Insta-Profil, wo wir geredet haben? Ah. Luke will unbedingt dieses Insta-Profil haben. Beppo hat es nicht mal bekommen. Dann kriegst du es noch weniger. Ich habe es auch nicht gefragt. Dein Insta-Account? Nee. Ein Insta-Account, den wir gesehen haben und da... ist viel Haut. Und ich habe halt darüber geredet und jetzt wollen die alle den Insta-Account haben. Oh meine Güte. Für meinen Kollegen... Wir wissen ganz genau, dass es nicht für deinen Kollegen ist. Pack die Taschentücher weg. Also ein bisschen Conscience. Also bitte. Frisch ist sehr kalt. So. Dann gehe ich da nochmal raus. Kenn ich das Insta-Profil schon? Nein. Ich glaube nicht. Luke auch nicht. Egal wie oft du fragst. Nein. Nein, nein, nein. Hat jemand überhaupt diese Katze schon mal gesehen im Shiny? Die Rose? Ja. Die habe ich. Im Shiny? Ja. Ich habe die noch nicht gesehen im Shiny. So. Was geht hier ab, Leute? Guck, was sie hier farmen, ne? Aber wieder keine Disziplin. Oh, Schleust-Technik-Handbuch. Das ist gut. Gut. Ey, Alter. Jetzt kann ich mich auf die Suche nach ihm machen. Let's go. Ich weiß ganz genau, was du hörst, ohne dass ich überhaupt in deinem Stream Ton anhab. Warum? Sag doch gar nichts. Du summst. Das reicht schon. So, jetzt haben wir ja Tag. Jetzt müsste ich ja gleich wieder einen Hirsch finden, richtig? War gelass etwas. Ha. Oh, level 10. Oh, level 10. Wie der ist ja schon tot. Oi. Ey, warum greift der mich jetzt an? Weil sie sich schützen. Ja, die schützen sich gegen... Also viel rollen, viel wegrollen, ne? Oh. Viel wegrollen? Wie kann ich denn... Auch rollen. Weil die werden auf dich zulaufen und dann rollst du weg. Damit sie dich nicht platt machen. Du meinst so wie jetzt gerade? Ja, die haben dich schön gewöhnt. Ich hab gerade in dem Moment geguckt, dass du krepiert bist. Ich hab so auf mein Handy geguckt, guck ich hoch tot. Ist nochmal, am Anfang stirbt man viel. Was machst du denn hier drin? Aber ich will doch einfach nur einen Hirsch haben. Bist du eigentlich schon Level 9? Nein. Dann wird's schwierig, die zu fangen. Quatsch! Bist du ja weiter töten, dann geht das schon. Jetzt ist eine Dämmerung und jetzt ist das Viech weg. Oder was? Ich muss mich jetzt verarschen. Jetzt meinen sie es richtig ernst. Was? Wasser hat mein Pferd. Ich krieg dich noch. Warte, stimmt. Warte, stimmt. Du kommst jetzt, jetzt. Wer hat denn da gerade... Äh? Was? Nee, das ist die Stelle. Und was seid ihr eigentlich? Ihr seid auch voll süß. Oh, guck mal, da ist irgendwas Grünes. Die sind nur arm rumgammeln. Wie groß er ist? Wer ist groß? Wann ist das Verbot? Große Affe. Guck wie süß! Ja, ich glaube ich süß. Wie glücklich er ist. Alter, guck wie glücklich. Ich hab noch nie jemand gesehen, der so glücklich ist. Was? Aber ich baue dir ne Knarre. Nicht so glücklich war der Feld dabei. Aber ich baue ihm ne Knarre. Das hättet ihr auch ruhig mal von Anfang an sagen können, ne? Also... Ich dachte, du hättest meine Wave geklaut. Ich schlag ihn. Anne wünscht gerade erst wieder Feuer. Ja, Anne wünsch ist... ist... Ich will den haben. Warum rennt der so schnell weg? Ich will den haben. Wen? Den da! Was macht der? Feuer. Der da macht Feuer? Ah, das Lama. Nee. Auf dem kannst du reiten, wenn du den... ähm... Sessel hast. Den Sattel. Sattel. Fuck off. Sattel. Kevin, musst du das in meine Richtung pusten? Hm? Ja, aber ich riech es ja. Hat der jetzt automatisch sein Sturmgewehr in der Hand? Nö, nö. Du musst... Er hat deswegen Spezialfisch, kid. Die kommen in der ganze Zeit noch so. Ja, aber ich hab das... Ich hab das Sturmgewehr gebaut, aber... Ich bin Lama gefangen! Entschuldigung. Ist das jetzt automatisch auf ihm drauf? Ja, aber er konnte das nur, äh... für eine bestimmte Zeit einsetzen. Ja. Im Krieg. Nee, nee. Er konnte es nur, wenn seine Super aufgefüllt ist. Ach so. Ich hab'n Lama. Oh mein Gott. Da drin. Guck was ich für'n Lama hab. Jo, was ist das denn? Das ist doch kein Lama mehr. Das ist ja schon... Pummel-Lama oder so. Das ist King Pucker. King Pucker. So, wie lange dauert das, bis es wieder hell wird? Ich... Möchte jetzt noch den Hirsch haben. Yeah, schon bei 9,5. Da liegt doch eins, der schläft. Ist 10. Wenn du... Wenn er schläft... Und du smackst ihn von hinten... Ich glaub, dann kriegst du auch sogar mehr Punkte. Nee, den hab' ich nicht gezüchtet in der Zeit. Ich hab' den gefangen. Wie, smack ihn von hinten. Ich muss doch erstmal... Ich kann ja nicht einfach jetzt ein Puppe voll auf ihn werfen. Versuch, versuch. Schmeiß mal. Versuch es einfach. In den Rücken. Einfach unseren Kopf? In den Rücken? Ja. Ja. Versuch es einfach. Nee, nochmal. Oh shit. Oh shit. Okay, er hat's abgewehrt. Okay, er hat's abgewehrt. Voll gegen seinen Schädel, Alter. Bleib doch jetzt bitte drinnen. Bitte. Mit Liebe. Oh mein... Entschuldigung. War das laut? Alles gut. Easy. Niemals so laut wie Marcel. Ich hab' mich grad so tierisch darüber gefreut. Jemand, also, Luke hat von mir einen Clip gemacht, wie ich sehr laut im Stream, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott geschrien hab', weil ich den Wolf gefangen habe. Ja. Also, alles gut. Oh. Aber, Luke, der Clip ist Gold wert. Okay, genau wie Hight & Seek. Ich werd' die Clips verarbeiten. Und ich will jetzt meinen Lama haben. Ich werd's auf dem Reiten. Da brauchst du einen Sattel. Ich weiß. Ja, du musst den Sattel freischalten und, äh... Freigeschaltet hab' ich den bei den Technologien. Dann brauchst du das Material. Ja. Genau. Fünf Paldiumbruchstücke. Wie sind die, die auf dem Boden geliebt? Die blauen, ne? Ja, ja. Oder kannst du die einfach nicht immer hier auf dem Boden liegen? Beides. Ist beides. Perfekt. Ich geh' erstmal an meine Base. Kann ich nicht eigentlich auch eine Stellreihe zu meiner Base machen? Nein, nein, nein. Doch. Über eine Vogelstätte. Bester Clip. Das, das ist bester Clip, aber wirklich. Heiden Sieg ist, ist, ich weiß ja, ich hab' immer noch, ähm, weh. Also, ich hab' einfach... Was hab' ich denn hier gefunden? Tomatensahn? Ja, du kannst Tomaten, äh, pflanzen. Mhm. Auch später Salat. Ich bin hier so schön im Einsortieren wieder. Wow, er ist so wunderschön. Auch mal ist da, ja. Ah, du hast den Hörschitz gefangen? Ja. Deswegen hab' ich doch gerade so geschrien. Ah, eh. Okay, ich dachte, du hast was anderes gefangen. Du hast jetzt das Lama gefangen. Ja, hab' ich auch so verstanden. Das hab' ich auch schon. Entschuldigung. Das Lama hab' ich auch schon. Ich hab' den Hörsch gefangen. Meiner heißt Bambi. Den kann man umbenennen? Jaja. Geh' auf ihn drauf und dann oben links steht der Name. Gehst du drauf? Das hättest du nicht sagen dürfen. Entschuldigung, ich hab' doch alle meine... Pädobär. Pädobär. Pädobär, meiner heißt Pädobär. Wo ich jetzt hier bin, ne? Ja. Oder muss ich auf Team gehen und dann... Ja. Hast du ihn in deinem Team? Nee. Oder chillt er bei dir im Lager? Der chillt hier bei mir im Lager. Dann geh' auf deine Polsphäre. Da, ja. Und dann gehst du... Drückst du auf F. Und dann gehst du oben, wo sein Name steht, auf ändern. Dann. So. Dann gibst du deinen Namen ein. Nämlich auch Bambi. Und dann bestätigen und dann wird das auch angezeigt. Bambi, ja, mach dies. Bambi, mach das. Ja, okay, warte mal. Der B ist schnell auf, ähm... Soll es sich sein. Oh Gott. Ich frag' mich gerade, wo all meine Drüsen... Ah, hier. Diese Schattenfrucht-Dinger, ne, bringt... Keine Ahnung. Kann ich eigentlich auch nutzen, aber... Wolli. Gucke für den Fondo. Wie geht's? Wie steht's? Guck mal, was Bambi da macht. Ah, guck dir. Das schlägt sich halt den Kopf ab. Er sammelt fleißig Holz. Mhm. Er hat auch oft einen Knochenbruch. Na toll. Bippo, ich hab' hier ein Buch gefunden, aber ich weiß nicht, wie ich das benutze. Mit Y. Ne, da muss ich... Da verschiebe ich es. Ne. Du kannst das Buch über Y nutzen. Es gibt dir einen Fähigkeitspunkt. Was? Medizin. Medizin kannst du später machen, wenn du Hörner sammelst und so. Hörner und Bären. Also das dauert noch, bis ich meine Tiere alle heilen kann, ja? Ja. Am besten du wechselst es aus. Beppo tötet alles sofort. Die sollen ja einen Zweck noch haben. Hör auf, töte es nicht, Monique. Was? Beppo tötet jedes Tier. Echt jetzt? Wenn es nicht mehr zu gebrauchen ist, du hast einen Entsafter. Und du kannst die Pols entsaften. Damit du ein anderes Pols stärker machst. Das hier? Oder Schlingenfalle? Nein, nein, nein. Damit kannst du noch schlimmere Sachen machen. Oder Beppo. Dann safters nicht so schlimm. Wo du sie aufhängst. Ja. Also ich finde die schlimmere Tote ist, wenn du sie schlachtest. Du kannst nämlich Pols ausschlachten. Oh, so mir mal versuchen im Stream. Wollt ihr es mal versuchen? So, jetzt muss ich erstmal gucken, ob ich meine Axt habe. Ja, meine Spitze. Also Leute, es gibt eine Art Pols. Was mit Pols zu machen. Also. Dafür nehmen wir einmal das. Also, das wird jetzt richtig brutal, was ich mache, okay? Also. Also, Leute. Chill, okay? Kann man Paul bitte herkommen? Ja. Türfelt man die dann eigentlich? Ja. 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 Dann gehe ich mir eins fangen. Geh mir ein Schäfchen fangen. Oh, ich bin schon wieder hungrig. Willst du mich verarschen? Du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Aber sie können sich irgendwann alleine ernähren. Wer? Ich? Die Pols. Nee, aber ich meine mich jetzt. Ich bin schon wieder hungrig. Ah. Ja, du auch, wenn du einen Futterbeutel hast. Vertreutst du, ob dem Lahm halt. Ich wollte eigentlich meinen Ding haben. Einen Wolf. Hier. Ah ne, jetzt habe ich Finglupe. Muss ich dann das Alpaka in meinem Team haben, damit ich mit ihm laufen kann? Ja. Egal, Mann. Deswegen habe ich ja immer meinen Wolf. Warum komme ich nur in so eine Hitz-Lobbysunde? Ich glaube, die Schäfchen wissen alle, was ich mit ihnen machen will. Deswegen sind keine da. Hab doch meine kleinen Schäfchen. Ich will einfach nur ein Barbecue machen. Ich will nur spielen. Können die Pols eigentlich sterben, wenn man sie nicht heilt oder so? Im Team, ja. Ich habe es noch nie so weit kommen gelassen. Nee, ich meine jetzt immer im Lager tatsächlich, weil ich kann... Ja, die können auch sterben. Oh nein, aber ich kann die doch gar nicht heilen. Nee, nicht wenn die erkältet sind oder so, wenn sie nicht essen oder so. So. Also glaube ich. Und sie können verhungern. Ja. Und wie weiß ich jetzt, wann ich den reiten kann? Ähm, guck hier unten, wenn du ihn rauslässt, dann steht... Ich weiß nicht, wo ich ihn rauslasse. Jetzt wirf ihn. Hast den Ball. Aber das ist er nicht. Dann nimm den, der erst ist. Und wie, wie packe ich ihn dann nach oben so, wo er hin soll? Warte mal. Du kannst jetzt auch wechseln, das weißt du noch. Dann, dann schmeiß ihn raus. Und dann drück F. Lange. Normalerweise müsstest du dann auch auf ihn raufklettern. Siehst du. Guck, unten steht ja absteigen und alles. Wenn das da steht, reiten und so, dann kannst du ihn reiten. Wenn da nix steht, dann kannst du nix machen oder es ist gesperrt. Oh mein Gott. Und der kann Attacken machen, ne? Der ist so süß. Schatzi. Guck mal. Schatz. Mich nicht. Das ist so wunderschön. Ich reite auf nem mega fetten Wolf und dann kommt sie mit nem Lama. Ich reite auf nem Hühnchen. Und sie kommt mit nem Lama. Ja. Oh nein, Tokotokus. Ja. Schatz. Hast du gesehen, was du mit Tokotokus machen kannst, wenn du denen würde fehlen? Das ist geil. Wie ne Bombe. Du kannst die hier denn als euer Bombe nutzen. Schatzi. Weißt du was? Ich nehm einfach n Fuck. Gib dem Schatz hier einen Knock and Clutch, da guckt er dir schon. Er hat gerade gesagt, er hat's gesehen. Ohne sich umzudrehen. Ja, es sind Männer, die sind nicht so... Na doch, er hat's ja gesehen, hat er gerade gesagt. Oh guck mal, da oben ist ein Affe. Hab ich noch Bälle? Ja. Ist das Tanzi. Ich will eigentlich ein Schäfchen, weil das brennt am schönsten. Und mit dem Rochen da kannst du gleiten. Fliegen also? Ja. So ein Irr. Ja. Musst du aber auch wieder bauen, freischalten. Wieso die Handschuhe freischalten? Wieso fliegen hier so viele davon? Die greifen nicht an, das sind mit so viele. Fang die alle. So viele Pokéwelle hab ich gar nicht. Boah, das sind richtig viele. Aber ich will jetzt einen haben. Bin ich über die halbe Map gelaufen, um so nen Scheiß Schaf zu bekommen. Ich will den Fünfer haben. Der ist easy. Wohin will der denn? Wohin wollt ihr? Dann nehm ich den 6er. Wo fliegt die denn hin? Boah, wer ist er denn? Den musst du auch haben und sie fliegen nachher. Und wer ist der? Den kannst du auch haben. Das ist ein Graspol. Erdepol. Pflanzen die meine Samen und so? Ich glaub schon. Ups. Jetzt bin ich über die ganze Map gelaufen, um so nen Scheiß Schaf zu finden. Die sind im Anfangsgebiet. Wer hat gerade kurz meinen Stream geguckt, bitte? Was? Ich hab grad aus Versehen, hab ich grad ein Dings geworfen und es hat funktioniert. Ups. Nimm's da kurz rein. Beppo, wie mach ich das? Schmeiß ich den jetzt einfach da rein? Oh, ich werd grad von allen attackiert. Ich weiß nicht wie das geht, also ich hab's noch nicht ausprobiert. Oh mein Gott, jetzt kommen sie an. Oh nein. Nein, 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 weg hier. Oh mein Schumbo. Geh mal da rein. Hey. Wieso gerade Steine bei mir. Ich bin spürt. Muss sein. Jetzt kann ich hier nicht abfackeln. Und Korn. Was macht er auf der Box? Ja. Der backt vielleicht auf der Box rum. So, wollen wir noch gucken, was wir noch mal zuerst machen. Ach so, warte mal, wir müssen mal ganz kurz einen austauschen. Da haben wir Faserngefühl. Um mal kurz zu gucken, was er denn so... Tanzaffe, äh, Tanzsee, Tanzsee. Ich nenne ihn Tanzverbot. Ach, guck mal, der hat einen Samen auf jeden Fall abgebildet. Der auch, der Affe. Ja, ich hab den auch im Lager. Der kann besammeln. Nutz den ruhig. Gehen wir mal zur zweiten Farm. Ich glaube, ich nehme den hier. Ja. Ich will unbedingt den Sattel haben für Feng Lopo. Was macht er denn da jetzt? Er sucht. Er weidet. Also dein Schaf ist nicht glücklich, ja? Nee, nicht der Schaf. Ich weiß nicht, dass das nicht glücklich ist. Ich meine, der da. Er weidet. Er sucht. Er buddelt jetzt Sachen raus. Ach so. Aber warum... Die Sachen, die da liegen. Er soll... Er soll... durch die Tür? Tatsache. Normalerweise müsste er aber dann jetzt da was machen, ne? Ja, guck. Jetzt. Du brauchst doch einer, der bewässert, ne? Okay, der Pinguin. Ich wollte gerade sagen, der Pinguin. So, die haben da noch ein bisschen was zu fordern. Sehr gut. Und... Ich bin nicht schnell, aber es wird langsam. So, bevor ich jetzt ohne Scheiß geradet werde, mache ich den Stream aus. Weil ich habe echt Angst, dass jetzt jemand auf die Idee kommt. Stream noch einmal, stream noch einer von unseren Buddys. Ey, ich habe hier einen Horn. Ich muss heute früh ins Bett, Leute, wollen. Mal gucken, was man hier so lecker aus kochen kann. Ah, meine Luxburger sind hier alle weg. Guck mal. Beginnen. Wieso ist hier Holz drin? Habe ich jetzt echt niemanden in meiner Liste, der Prollwollspiel? Ja. Hm, hm. So. Ist das Ender, der, der spielt, Prollwoll? Den Theaterfreak? Ja. Ja, Marius ist das er. Dann gebe ich euch weiter zu ihm. In jedem Fall danke, dass ihr alle da wart. Ich gebe euch weiter zu Ender. Ich glaube, es ist Ender. Er spielt auch Prollwoll. Morgen bin ich normalerweise wieder da. Ich bin normalerweise. Normalerweise. Ich wünsche euch eine gute, schöne Nacht. Viel Spaß noch mit ihm. Und dann, ich küss euch. Bis dann. Ciao, ciao. Ich glaube, es ist Ender. Ich bin mir nicht sicher. Dieses Pupsen zwischendurch da. Mensch, 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 Mensch. Nicht sprechen, aber pupsen. Da ist unser Marcel. Bispy Hamster. Crisp Hamster, die Penne. Crispy Hamster. Ich komme auch jetzt ins Bett, weil ich bin gebrochen. Willst du die Fanta haben? Okay. Dann komme ich auch gleich. Ich mache jetzt aus. Warum tust du das? Warum verlässt du uns jetzt? Sie lässt uns einfach alleine. Nee, ich muss jetzt bei mir jetzt wieder richtig befissen. Und ich muss ins Bett. Ich muss wieder kotzen. Ganz krass ausgedrückt. Deswegen. Es geht nicht so auf die Nerven. Ich weiß nicht, wenn es morgen nicht besser ist, gehe ich zum Arzt. Kranke meldet die ganze Woche. Ist mir auch schweißig. So wie ich. Zwei Wochen? Ja, ich habe keinen Bock mehr. Weißt du, ich mache mich nicht krank für diese Idioten. Echt? Ich baue ein kleinerer. Oh mein Gott, der ist halt. So Leute, ich will jetzt nicht sagen, ich gehe kurz kotzen, aber ich gehe kotzen, kotzen. Äh. Viel Spaß. Dankeschön. Äh, wir hören uns morgen, würde ich sagen. Und dann. Ja. Du bist morgen und schlaft gut. Ja, bis morgen. Gesundheit. Dankeschön. Ja, danke. Bis morgen. Ciao, ciao. Bis morgen. Tschüss, tschüss. Ciao, Marcel. Tschüss, tschüss. Oh, wie nett sie ist. Ich hoffe, ich hätte auch gut. Dann kriegst du von mir halt ein. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. So. Zack. Zack. Hier ist der Geld in der Kasse. Das ist der Geld in der Kasse. Oh. Digga, wie kann man so campen, alter? Sucht euch ein Hobby, man. Was spätst du? Kauft ihr die. Kauft ihr die. Ah. Ah. Oh. Glaubt, den platziere ich lieber draußen, den zerkleinerer, oder? Egal, kannst du ihn hinstellen, wo du möchtest. Macht er nichts tot hier bei mir? Nein. Nein, nein. Weil da ist ja auch so ein Wasserrad. Egalo, Kellogg, alter, krauch wieder zurück in deine hässliche Fotze, deiner hässlichen Moral, da. Ich weiß nicht, wo ich ihn hinstellen möchte. Aber ich möchte ihn hier hinstellen. So, dann wollen wir gleich mal wieder eine leckere Powerweight rauchen, trinken. Rauchen ist eine gute Idee, das werde ich jetzt machen. Jetzt will ich jetzt mal schauen, ich habe genug gegessen. Ähm, hallo? Hallo? Wie sieht meine Bässe denn aus jetzt? Hier ist alles zerstört. Äh, wo hast du lange Haare? Ja. Wow. Meine Bässe wurde angegriffen, zum ersten Mal, seit ich hier bin. Umgezogen. Zum allerersten Mal, wie lange wohnst du da jetzt schon? Aua. In der Bässe doch? In dieser Bässe bin ich schon, ich glaube, mindestens drei Tage. Und, äh, dann war da wirklich ein Angriff, das habe ich nicht absolut verpasst. Ist aber nicht schlimm, ist nicht viel kaputt gegangen, nur ein paar Steinwände. Siehste. Aber dann weiß ich, dass ich Metallwände bauen muss. Sind die Pols echt so dumm und lassen da manchmal Sachen fallen, oder? Ja, wir sind nicht, wir sind nicht gerade die Klügsten. Merke ich. Ja, ihr baut das schon, das finde ich gut. Oh, ich mag das nicht, wenn er so traurig guckt. Ich würde ihm am liebsten helfen. Normaler Schild. Rüstung. Wieso schalte ich das anfangs nicht frei hier? Alles, was ich schon freischalten kann, das ist doch schlau, oder nicht? Ähm... Alles, was ich freischalten kann, freischalten? Nicht unbedingt, weil du brauchst, äh, du hast nicht unendlich viele, äh, Fertigkeitspunkte. Was hättest du wohl früher sagen müssen? Bei den Technologien... Ja. Ah, okay, wie kriege ich die Punkte? Die Punkte kriegst du übers Aufleveln, äh, per Zufall in irgendwelche Kisten. Wenn du Busse, Weltenbusse, Plot machst, also das erste Mal sie Plot machst. Okay. Was ist denn jetzt? Was? 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. So, baut das Bett hier mal schneller auf. Ich kann nur arm rumcheaten, die hässlichen... Ich kann nicht klicken. Ah. Der steht da einfach 5 Minuten auf dem Fleck, alter. Jetzt hat er das Scheißspiel wieder deinstalliert. Na ja, ich geh auch offline. Jetzt nochmal ne Runde mit Dobby und dann... Penn. Okay. Alles klar, tschüss. Tschüss. Tschüss tschüss. Tschüss. Tschüss tschüss. Tschüss. So, hier Steine. So. Was muss ich jetzt als nächstes haben? Ich muss noch Elektrodüsen sammeln. Ich muss wieder Eisen anbauen. Ach stimmt, ich hab hier auch den Kühlschrank jetzt. Aber da kann ich noch nichts machen. Pol-Fliesband kann ich nicht bauen, weil ich das andere Waffen-Fliesband brauche. So. Oh jeee. Oh. ! Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Stimmt, viel viel Honig habe ich. Honig muss ich mir auch bunkern. ich wundere ich mache den streamer kurz aus irgendwas leckt hier gerade ich gehe jetzt mal eine rauchen und dann geht es weiter ich Vielen Dank. 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 So, ich bin wieder da. Okay. So, bauen wir mal hier noch ein paar Winde auf. Oh Gott, ich brenne. Warum brenne ich? Oh, ich brenne. Und... Oh, ich bin ich... Das war knapp. Was für Glück da gerade. Ach, die soll das wieder. Das war knapp. Das war knapp. Das war knapp. Dann gehen wir jetzt wieder Eisen sammeln. Oder ich gehe mir noch ein Dings fangen. Ich glaube, ich gehe Eisen zuerst formen. Das war knapp. 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 knapp. Das war 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 knapp. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay, dann muss ich da hin. Wieso komme ich jetzt nicht dahin? Oh, gut. Oh, ich bin hier richtig. Oh, ich bin hier. 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 Oh, wie aggressiv das Tier ist. Wundern. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Und kommst du voran mit deiner Base? Ja, ich verstehe gerade nur nicht, was mit meinem Paul los ist. Der ist nur am Fressen. Ich verstehe halt, der Paul isst vor Stress zu viel. Ja. Warum? Ist das schlimm? Ja, das Problem ist, hat er kein gutes Bett oder er schläft nicht genug oder du gibst ihm nicht genug Liebe. Wie kann ich ihm denn Liebe geben? Indem du ihm streichelst. Wie kann ich das denn machen? Bei ihm gehen, wählen, äh, Aktion und dann Strasche. Ich kann nur Menü öffnen. Ah, streicheln. Ah, streicheln. Wenn das Schaf jetzt mal nicht wegrennen würde die ganze Zeit, würde ich dem auch gerne mal ein bisschen Liebe und Zuneigung schenken. Ich werde das Schaf jetzt mal wegrennen. Oh... Where Kade it is. Where's the light? Jetzt hast du das gerade mitbekommen. Was? Wenn du ähm bei deinen Balls, dem musst du auch Liebe schenken. Weil ich hatte gerade hier mit meinem... Diesen... Diesen Hirsch sag ich jetzt mal, der war halt die ganze Zeit sich am über fressen und deswegen musste man auch ein bisschen liebe schenken wenn du das weißt nicht weißt wie das geht vier und dann streicheln ein schwebscheid ist als ob er nachlässig ist aber wieso werden die dann so schnell krank das verstehe ich krank kann die ursache sein dass es zu kalt in deiner base dass du eine heizung dazu bauen muss was ist mit fackeln ich habe keine heizung am anfang musst du dann fackeln dahin stellen bei ihren schlafplätzen und so ja Das war's für heute. Okay, bei den Schlafplätzen habe ich das jetzt hingepackt. Wofür du willst nicht gefangen werden, dann stirbst du wieder. Ich hier noch eine hin. Machen die Fackeln es wärmer, oder? Genau. Ah, okay. Muss ich bei den Pöckern irgendwas beachten, damit irgendwas nicht abbrennt oder so? Können die Tiere brennen? Naja, geht durch nichts. Okay. Nicht, dass ich jetzt hier irgendwas falsch mache oder so. Und wenn ich das zu nahe meinem Holzgebäude mache? Dürfte eigentlich nichts passieren. Ich hoffe, der Bock ist jetzt alles, was ich jetzt schon mühselig hier aufgebaut habe, wieder kaputt zu machen. Ich hab hier jetzt mal ein paar Fackeln kraftiert. Ich hoffe, das wird denen ein bisschen helfen. Guck mal, dieser Polygon soll so sein. Deswegen ist vielleicht auch mein Schild hier erkältet. Kann ich vielleicht auch da ran liegen. Gehen die Fackeln nach einer Zeit aus? Ja. Ich brauch, glaub ich, ein zweites Feuer-Pokémon hier drin. Kann auch nicht einer die ganze Zeit alleine tragen, obwohl der hat ja eh nicht so viel zu tun. Also von daher dürfte das funktionieren. So. Der macht das. Der macht das. Den brauche ich, damit er die Samen pflanzt. Den brauche ich für Steine. Ja. Der packt das noch in die Box und wir können bauen. Was war die Hand? Die Hand. Ah, dass die Hand faktisch begabt sind. Aha. Der macht genug vor ihm. Oh Gott, dann hat er ja, glaub ich, nie Ruhe, ne? Obwohl doch mal die gerade umschläft. Das ist ja doof, dass die Fackeln auch irgendwann ausgehen. Und ich hab auch nur ein tolles Strohbett. Später kriegst du bessere Bette. Okay. 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 Ich hab gerne mit dem hier. Wow. Haha. Hm. 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 Ja. Das war's für heute. Ja! 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 Ah! Diese grünen Leuchten, äh, die musst du aufsammeln, wenn du die siehst. Ja. Weil, du hast ja die Statue gebaut. Ja. Die kannst du nämlich da opfern für, dass du bessere Pols fangen kannst, dass die Wahrscheinlichkeit sich erhöht. Sag mal, wenn ich so einen feindlichen Übergriff hab, ne? Ja. Kann ich die, wenn das Tiere sind, sie auch fangen? Ja. Ja. Na toll. Jetzt hab ich hier zwei tote Wölfe liegen. Aber die kommen immer dann, wenn ich, ähm, nichts hab. Bei uns war es immer so, die kamen immer, wenn wir gerade in der Base fallen. Verschwinden die toten Tiere irgendwann nach der Zeit, oder? Ja. Gut, dann brauch ich sie nicht jedes Mal rauswerfen. Das ist ein echt gutes Spiel, ne? Muss man, muss man dem Spiel lassen. Es macht richtig Spaß. Ach Quatsch, das war schon wieder falsch. Baue. Hofer. 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 Quelle. Ja, jetzt muss ich aber erstmal gucken, dass ich wieder level, ne? Damit ich, äh, die Fähigkeiten kriegen kann. Wie kann die Gigasphäre nicht mitnehmen? Was ist denn jetzt das Problem? Nein. Dann würde ich das gerne bauen. Hochrufen und die Quelle. Entschuldigung? Ja, das Ganze macht ja nicht da. Klaue. Ja, wir können, dass wir ein bisschen mehr, bis zum Beispiel. Fähigkeiten hast. Wir können, wenn wir ein bisschen die Eure. Ja, wir können, dass wir, und mit ihr, äh, die Dorn kentieren, Äh, die Dorn kentieren. Ja, wir können, wenn wir ihn nicht einmal mit, dass wir uns einmal mit einem Gerät hier rausgeheben? Nach den grünen Seelen gehe ich immer nur abends auf die Suche danach, weil abends leuchten die in der Nacht. Oh mein kleines Baby ist immer noch erkältet, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das tut mir irgendwie total im Herzen weh. Ich habe einen Herzen, ich habe einen Herzen. Ich habe einen Herzen, ich habe einen Herzen. Morgen haben wir eine Herzen, ich bin ja auch ein Herzen. Und Muss es bei den Ports vielleicht auch windgeschützter sein? Nicht unbedingt. Es ist ja nicht so, dass es regnet oder so. Nee, aber irgendwie weiß ich nicht, wieso es erkältet ist, weil es einfach nicht besser wird. Ich bin jetzt so ein bisschen leid gerade. Ja. 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 Ah! So, up in the base. So, ich habe ein paar Eier. Riesenutenzel, Level A Schillet. Okay. Nö, dich will ich noch nicht holen, alles gut. Ich gehe mal weiter. Nö, ne Grenze, tja. Level Acht und warum fliegst du weg? Das finde ich jetzt nicht in Ordnung. Okay. Jetzt habe ich auch so ein fliegiges Ding. Und was zum Zweifel bist du? Ah, du bist süß. Okay. Ne, Pläne habe ich keine mehr. Okay. Was habe ich hier noch einzulagern? Eiersteine. Das, das Zuckerwatte kann ich hier einladen. Ne, hier bei uns weiter. Hier habe ich wieder ein paar Früchte. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hier lag einfach so ein Ei rum. Komisch. Wir gehen doch in die Richtung. Wir gehen doch in die Richtung. Gut gearbeitet. Wirklich schön. Tanzsee, ne, heißt der? Der Affe. Ich meine gerade meine Männer, der hat mich gerade gefragt, ob ich schon so einen Affen habe. Ja. Das stimmt. Was gut ist, wenn du auch dieses Feuerding hast. Feuerdingen. Wenn du auch den Hirsch hast. Weißt du, diesen hier. Der hackt bei dir Holz. Ja. Das macht der Affe auch. Ich weiß, aber... Halt. Zwei ist schon gut. Je höher die Zahl, um zu passen. Oh nein, jetzt habe ich zweimal Kugel drü- drück dich drum in Nuss. Nein, komm wieder raus. Oh mein Gott, ey, 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 ey. Okay. So, jetzt kommt man zum nächsten Punkt. Ich muss eigentlich, egal wie, zuerst mal Strom kriegen. Wenn ich Strom kriege, dann kann ich das nächste bauen. Das heißt, ich muss jetzt Elektro-Düsen sammeln. So, keine Panik, ich habe dich gerettet. Denn ich mache dir Angst. Oh, will das ja auch. Dann kann man mal schnappen. wait a minute what wenn ich ihn paul befreie von so einer base dann kriege ich den hier okay das war jetzt richtig cool das habe ich gefeiert wenn ich ehrlich rüstung beschädigt recht ist das los ich hatte auch keine pfeile mehr um ihn zu töten das ist sehr gut das ist richtig gut erst mal direkt etwas freischalten wieder was ich brauche so und jetzt wollen wir wieder in phase und wie soll gleich hier unten auch perfekt bin auch im kreis gelaufen sehr schön so ihr kleinen racke habt ihr vielleicht ein bisschen schon was geleistet ich kann mir das nicht mehr ansehen mit meinem schaf der wird jetzt ausgetauscht was macht foxy denn so ja komm vögel schon wir gehen wieder auf die suche nee fixie dich foxy so pack mir jetzt zwei pokémon rein scheiß ender der hat schon die paul produktion das brauche ich auch aber ich habe noch nicht so viel elektro finde ich die denn rüstung beschädigt stoffkleidung reparieren Ich kann das mal sehen. Hier, Schatzi. Ich glaube, mit Alkohol würde der besser schmecken. Oh, noch 14 Posts, die ich noch nicht gesehen habe. Dann nicht. Oh, ich bin gleich schon Level 10. Da kannst du gleich den ersten Boss auch mal machen. Wieso geht das jetzt gerade so schnell? Was ist da los? Wegen der Base? Ja, umso mehr du baust, umso schneller kriegst du Level bei. Wo kann ich stehen noch, wie viel denn? Okay. Das war ein Fehler, so viele Pfeile produzieren zu wollen. Ah, gut gehts gleich. Okay. Okay. Ah, Hizn. Jetzt sind wir ja schon fündig geworden. Dann los geht's. Vögelchen, töte sie. Und vergiss sie. Auf geht's. So können wir nach den Giraffen. Oh, da war doch einer, oder? Ja. Und da ist ein Feuer-Pokémon. Das gehen wir uns auch holen. Dann kriegen wir eine Feuerdose. Manchmal ist es schon praktisch, wenn die Pols überpowered sind. Die schießen einen Schuss drauf und einfach die Masse stirbt. So. Da gleich wieder da. Okay. Okay. Dr bläst du. So, dann gehen wir da. Okay. Dann gehen wir auf. Wie geht's goes. Das macht immer noch einig. Okay. Die Menschen sollst du immer töten, weil die lassen dir guten Loot fallen. Komm, bleib drin. Sehr schön. So, wir bauen das Eisen ab. Das brauchen wir. Was ist los? Was ist los? Ja. Sehr schön, gut getötet. Das ist ja gut. Hast du noch, dass sie sich da leichen? Schließend. Das war's für heute. und man das Vieh Das war das Vachstum Gut gemacht. Gut gemacht. Ha! Ah! Ah! Oh, da ist auch noch eine Sphäre. 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 Oh, da ist ja auch eine Sphäre. Ja. 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 Oh, ist das ein schöner, schöner gekelter Wort. Wollte nicht kehren. Wollte nicht gehen. 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 Wollte nicht. Wollte nicht gehen. Wollte nicht gehen. Wollte nicht. Wollte nicht gehen. nicht gehen. nicht gehen. Wollte nicht gehen. nicht gehen. nicht gehen. nicht gehen. ist gut. nicht gehen. nicht. es ist heftig. nicht gehen. nicht gehen. nicht gehen. nicht gehen. nicht. 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 Das ist richtig. So, und ich baue das hier. Für den Brunnen habe ich nicht genug, aber ist okay. So, und ich baue das hier. So, und ich baue das hier. Sieht gut aus. Ich kriege jetzt wieder einen Überblick über alles. Wie viel fehlen mir jetzt für den Elektro-Dingsbohnen? Noch vier. Das ist super. Wenn ich die nämlich habe, kann ich dann direkt mich konzentrieren, den hier zu bauen. Da habe ich auch jetzt genug hochwertiges Öl. Ich brauche halt nur noch ein bisschen mehr Metall zu sammeln. Das ist wohl das kleinste Übel. Wenn wir dann die Produktion starten können, wäre das super. Anlagen zum Speichern zum Strom, der von Elektropuls erzeugt wird. Wird benötigt, um elektrische Anlagen zu betreiben. Wunderbar. Wunderbar. Danach wird sowieso hier noch umgebaut. Ich muss nur schauen. Ich glaube, ich habe halt nicht genügend Bette. Also ich habe hier drei, also eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ich habe sieben Stück von den edlen. Sonst stelle ich die Kiste hier hin. Sonst stelle ich die Kiste hier hin. Beziehungsweise ich könnte auch hier Schlafsätze, Schlafplätze. als ich nahe gehört habe war. Das war's CAP. Ich bin dann ganz, was ich bin ich alleine. Ich bin großartig. Das war's für heute. Eigentlich hab ich hier nichts weiteres geplant. Das heißt, ich könnte rein theoretisch... Der Platz ist nicht gegeben. Ich wollte sowieso hier eine Änderung formulieren. Das ist quasi... Die ist wegnehmen. Den hier bauen. Den hier bauen. Den rein sparen. Da... Weil das halt geht. Das ist okay für mich. Da geht's nicht. Das ist noch hier. 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 Dann würde ich nämlich Ihnen noch hier ein Bad bauen. Ein edles Bett. Da. Meeeench. Erpiss dich. Erpiss dich. Erpiss dich. Erpiss dich. Erpiss dich. Noch eins weniger. Erpiss dich. Erpiss dich. Binds dich. Lenung. Guck mal, wie ich das Teil oben im Zimmer aufbauen kann, bräuchte ich dies nämlich nicht hier unten. Vielen Dank. 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 Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay. Oh, yeah. 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 Yeah, oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Ich brauche zwei, aber bräuchte ich die zwei nicht noch für was anderes. Hier wäre Holz, Deckenlampen. Ich brauche drei, die zwei nicht mehr. Ich brauche zwei, die drei nicht mehr. Ich brauche zwei nicht mehr. Ich habe das Gefühl, dass ich das Gefühl habe. das ist noch mal ein anderer barren ich werde verrückt aber dafür brüchtern wir dann quasi eine neue schmerz elektro das ist noch mal ein anderer barren ich werde Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 kann die nicht schon überlegen ob ich meine Basis nicht anders bauen soll was ich damit meine es kommt einfach aus wird das nicht meine Basis so aufbauen dass ich hier unten Produktion Betreiber wo meine Pauls auch alle drin sind so 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 das würde ich gerne wissen wenn dies klappen könnte würde ich die Basis komplett neu aufbauen die Fläche an sich ist ja groß genug dann würde ich hier unten quasi alles so 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 Oder ich würde es so umbauen, dass die Pols Treppen benutzen können. Dass ich da hinten zum Beispiel eine größere Treppe baue, dass ich hier unten eine Flasche mache, das bedeutet komplett zubaue, mit Mutale, dass ich die Zucht nach oben verlagere, auf dem Dach. Gut, es bringt mir nichts, auch wenn ich unten ausschließe. Okay. Okay. Ich würde jetzt allzu gern wissen, ob ich das Teil hier auf so ein Teil stellen könnte, weil dann würde ich alles abreißen. Zum Beispiel das Farmen von den Steinen. Kann ich das, ja doch, das kann ich hier drauf stellen. Das geht sehr gut. Dürfte es eigentlich kein Problem sein. Okay. 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 Vielen Dank. 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 Ich bin jetzt nicht mehr auf. Genau, das kann ich wirklich nach oben stellen. Der Tischminkbar ist gut nach Henkel neu umgebaut. Und das ist ... Ich fange in den Baulag und das ist nicht dramatisch, ich schaue in den ganzen Bühnen. Ich schaue in den Baulag. Hm. Pistisch. Ffff... Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Obgebaut, ob der Kanzlerin. Vielen Dank. Okay. 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 Ich denke, das Götting gut erbischt. Ganz gut im Götting Metall gemacht, weil es ganz gut metallisch ist. Ich denke, das ist ganz gut. Ich muss rechnen mit drei Mauerelementen auf Allübergang. Pauls muss genug Platz tun, vier können einen Trabgruppe zu holen. Dafür werde ich jetzt so bauen. Das Pauls kann sich frei bewegen, überall. Dass die Fläche groß bleibt. Ich denke, das ist ganz gut. Ich denke, das ist ganz gut. Ich denke, das ist ganz gut. So, dann reicht das für heute. Ich höre jetzt auf. Ich höre jetzt auf.